Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tabletop Basement TV. Wir haben uns heute Verstärkung aus Hildesheim geholt und spielen heute Firestorm Armada. Ja, stellt euch vielleicht kurz mal vor, wer seid ihr, was macht ihr, warum Firestorm Armada? Fangen wir vielleicht gleich dort an. Wer bist du? Also ich bin Sven aus Hildesheim. Firestorm Armada, oder wie lange spiel ich da schon? Seit 2009. Seit wann gibt es das Team? Das Spiel gibt es seit 2008. Also relativ früh schon eingestiegen. Wir hatten euch ja auch schon die letzten Jahre immer auf dem Spiel. Ne, wir hatten euch seit Anfang an glaube ich auf dem Spiel. Ne, ich hatte den zweiten Spiel. Seit dem zweiten Spiel, genau. Die Jungs haben auch immer fleißig Firestorm Armada. Was hattet ihr da noch? Planetfall, Dystopian Wars. Dystopian Wars, Dystopian Legions. Also gerade auch die ganzen Spartan Games Sparte. Genau, die ganzen Spartan Games Sparte haben die Jungs quasi immer übernommen. Damals noch als Hildesheimer Gelegenheitswürfler. Heute sind wir heute der 89. Fall ganz aktiv. Also quasi so eine kleine Spielergruppe, wo genau in diese Systeme gespielt werden. Ganz frei. Richtig, ohne irgendwelche Vereinsbindung oder ähnliches. Schön. Wo spielt ihr hauptsächlich? Spielt ihr bei euch zu Hause privat? Oder spielt ihr in einer Lokalität oder in Vereinsräumen? Oder wie macht ihr das? Wir spielen hauptsächlich bei uns zu Hause privat. Wenn es zeitlich einzurichten ist, auch bei dem lokalen Händler, den wir haben. Spielbrett in Hildesheim. Da sind wir dann hauptsächlich mit aktiv. Ab und zu fahren wir halt nochmal nach Goslar. Okay. Den Hartzgamer. Den Hartzgamer. Ja super. Die kennt man ja auch vom Spielzug unter anderem. Auch noch ein recht junger Verein. Genau. Ein junger Verein. Da sind auch ein paar noch, die aktiv Firestorm Armada oder auch jetzt auch vor kurzem mit Planetfall angefangen haben. Ja cool. Und ja. Der Spielbrett in Hildesheim unterstützt das System oder? Ja. Es hat auch tatsächlich wahre Verordnungen. Das ist natürlich super. Wo wir gerade erwarten, das war nicht vom Megaabkommen. Wir waren bei der Vorstellung. Richtig. Genau. Ja. Wir wollen hier heute Firestorm Armada vorstellen. Es ist ein Tabletop-Spiel, was im Weltraum spielt. Ja. Größe kann man auch nicht so wirklich definieren. Stimmt. Maßstab, Maßstab kann man nicht ungefähr sagen. Ein zu tausend oder noch größer. Ja. Der Fantasie bleibt keine Grenzen. Genau. Also man kann das so ein bisschen mit Star Trek, Star Wars, allem möglichen, was es an Science-Fiction oder in einem Film oder Computerspiele vergleichen. Das ist halt der Raumflug der Gossip von 4DKs. Das kann ich da vergleichen. Stimmt. Ja genau. Von dem Design auch. Ja genau. Und ihr spielt das alle fix? Ja. Und auch schon so lange? Oder kam der ein Stück später? Wir haben es nicht alle empfangen. Genau. Achso. Es ist ja meistens so, wenn einer anfängt, dann zieht der ein oder andere natürlich nach. Aber es ist schon faszinierend, eher selten hält sich was so lange in einer Spielegruppe. So lange. Muss man ja auch mal sagen. Ich muss auch echt zugeben, mit diesem System, wo wir es zum ersten Mal auf dem Spielzeug präsentiert haben, dass wir es immer noch gut präsentieren können, weil die Resonanz darauf ist noch gewaltig. Ja. Ich glaube, es ist tatsächlich, obwohl es es schon so lange gibt und durchaus sehr aktiv in einigen gespielt wird, doch noch nicht jedem wirklich bekannt. Ja. Ja, Spartan Games spart gerne mit der Übersetzung. Ja, Spartan Games spart, ja. Mit der Übersetzung. Er meinte, das liegt tatsächlich an der Übersetzung von Englisch ins Deutsch. Sehr wahrscheinlich. Also, Spartan Games ist zum Beispiel in England äußerst aktiv, auch sehr verbreitet. In den Staaten sind sie auch sehr stark mit. In Schaumburg haben die dort regelmäßig große Events mit am Laufen. Ja. Und man merkt doch schon, wo primär der englischsprachigen Raum mit da sind, die auch sehr stark sind. Also, in Deutschland ist es aber weit noch nicht so verbreitet. Und in Frankreich auch noch nicht so weitig. Okay. Und was tut ihr dafür, um das Spiel nach vorne zu bringen? Spielen. Ja, spiel zu. Das ist ein sehr, sehr guter Anfang. Auf jeden Fall regelmäßig spielen. Auch sonst macht ihr dann da zum Beispiel in dem Laden auch mal so ein Demo-Spiel. Haben wir auch schon gemacht, schon ein paar Mal. Okay. Ja, cool. Und das fand anklang, oder? Es fand anklang. Wir haben damals bei den Bedingerswölfern auch ein Anfängerturnier organisiert. Geplant waren erst sechs. Daraus wurden dann vierzehn Teilnehmer. Oh, klasse. Nachfragen wir auf jeden Fall da. Dadurch, dass wir auch gleich gesagt haben, okay, wir stellen auch die Flotten und ähnliches. Ihr braucht nichts mitbringen, keine Erfahrungen oder ähnliches. Das ist super. Ihr habt dann drei Spiele an dem Tag mit und könnt euch dann mit den verschiedenen Fraktionen dann sozusagen eure Favoriten mit raussuchen. Wie ist denn überhaupt, weil er gerade Turniere einspricht, wie ist denn da die Turnierszene? Gibt es eine Turnierszene? Aber ist es turniertauglich überhaupt? Ja. Turniertauglich. Es gibt eine Turnierszene, zwar nur eine sehr kleine. Es gibt eine, die ist in Bonn in der Ecke da und dann halt unten von der Grünen Horde in Südbayern. Okay. Also die veranstalten noch regelmäßig solche Turniere und sind auch ausgebucht. Okay. Schön. Ja, Ziel des Ganzen heute ist, du hast gar keine Ahnung. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Also ich bin ein Freund von Dystopian Wars. Ich habe es leider noch nie gespielt. Ich habe das Regelbuch mal gelesen, auf eine Fraktion mal angemalt. Ich wollte es immer mal spielen. Das war ja auch im 3TH, hatten wir tatsächlich mal Firestormer Maler kurzzeitig. Das ist aber dann nur so aufgeflammt und dann war es auch wieder weg. Firestormer Maler habe ich persönlich noch gar nicht gespielt. Das liegt aber auch daran, weil ich eigentlich nicht so ein Freund von Science Fiction spielen bin. Ich lasse mich heute aber gerne überzeugen, wie kann man es vielleicht auch im X-Wing spielen, wie jeder Spiel X-Wing. Kann man das vergleichen? Im X-Wing kann man es weniger vergleichen, dann eher mit Dystopian Wars von der Spieleweise her. Weil es wird direkt gewürfelt mit W6. Und bei dem Spiel ist es so, wenn man eine 6 würfelt, darf man einen weiteren Würfel dazu würfeln. Und kann man so viele würfeln, wie viele 6 man würfelt. Ah ok. Das könnte sein, dass aus so einem kleinen Schiff mit 4 Schuss auf einmal 20 Treffer kommen. Ach so, ok. Also wenn man wirklich Glück hat, dann ok. Was da vielleicht noch ganz interessant ist bei der Geschichte, du hast ja auch keine Ahnung, ich habe auch keine Ahnung. Was kostet mich denn der Einstieg in so ein Spiel? Das wäre vielleicht mal ganz interessant, weil da scheiden sich ja auch die Geister. Der Einstieg ist relativ günstig. Mit dem, was wir zum Beispiel hier auf der Platte schon mit stehen haben, das sind abgespeckte Starterflotten sozusagen. Also die normale Box einer Starterflotte hat deutlich mehr Schiffe oder ein paar mehr Schiffe mit drin. Meistens ein Schlachtschiff, 3 oder 4 Kreuzer und dann auch 4 oder 5, teilweise sogar bis zu 6 Zerstörer. Frägerhanden, nicht zerstören. Frägerhanden, genau. So eine Box liegt je nach Händler, wo man bestellt so um die 50 Euro plus. Das ist schon die Spieltauptik. Ja, das ist schon komplett super. Hier kann ich sofort einsteigen. Ja, das ist natürlich super. Und erzählen wir mir ja auch noch so ein paar Bücher. Brauche ich diese Bücher? Die Bücher sind nice to have, wenn man es möchte. Oder wenn man halt auch gerne Papier in der Hand mit hat. Gibt es ja auch viele Fans, die sagen, nur mit so einer Zettelwirtschaft sowas möchte ich es nicht. Dann kann man sich die Bücher tatsächlich kaufen. Aber sämtliche Regeln, sämtliche Einheiten, sämtliche Regeln, die man zum Spielen benötigt mit, gibt es kostenlos auf das Wartemail-Seite. Brawl Games hat auch so vorgehabt, dass alle Neuheiten in diesen Listen aktualisiert werden. Ja, vor allem auch bei Stand-Full ist das sehr gut zu sehen. Und da wird regelmäßig alles aktualisiert. Die supporten das also auch weiter. Später gibt es noch Entwicklungen. Es ist ja manchmal auch so, es wird etwas auf den Markt geworfen und dann gibt es keine Entwicklungen mehr. Und das, also Spaten supportet das auf jeden Fall. Das ist natürlich eine tolle Sache. Und einsteigen umsonst sind die Regeln. Ich möchte noch kurz was einmachen. Schön finde ich das natürlich auch, wenn so eine digitale Vision angeboten wird. Das heißt, die Eratrans können ja direkt mit eingearbeitet werden. Ja, das ist natürlich schön praktisch bei so einer digitalen Form. Ja, auf jeden Fall. Was sehen wir denn hier eigentlich? Was ihr hier seht, sind vier Flotten. Wir haben hier vorne die Tirana, als, ich sag mal, ganz klassische Standardarmee mit. Sie sind sehr ausgeglichen, setzen sehr viel Kraft auf ihre eigenen Schilder. Der Schutz der einzelnen Schiffe steht bei denen tatsächlich im Vordergrund. Sie können auch ziemlich guten Schaden mit austeilen. Allerdings müssen sie erst näher herankommen. Also auf der mittleren Distanz sozusagen, auf der mittleren Spieldistanz, da fängt dann an ihre Stärke mit aktiv zu werden. Okay. Kann ich kurz noch sagen, gibt es Gut und Böse? Es gibt nun Gut und Böse, wobei das ist natürlich auch ein bisschen Ansichtssache. Okay. Es gibt keine klassische Böse-Fraktion mit, die Krieg führt um das Krieg für uns Willen mit. Doch eine gibt es ja. Ja. Das Direktorat. Okay. Ja, wobei, das kann man politisch werden, aber ich lass das meine. Das Direktorat ist so ein klassisches Gegenstück dafür, auch eine menschliche Fraktion, zusammen ein riesiger Zusammenschluss aus verschiedenen transgalaktischen Konzernen. Okay. Und ihr Hauptziel ist natürlich Gewinnmaximierung und was lässt sich besser verkaufen als Krieg. Okay. Das sind so die Einzigen, die tatsächlich Interesse haben, den Krieg am Laufen mitzuhalten. Okay. Es gibt natürlich gewisse Rivalitäten zwischen den einzelnen Fraktionen, aber jetzt bei denen sind das zum Beispiel die beiden aus der Standardfraktion, also die beiden oder zwei von den sechs Standardfraktionen. Ja. Die beiden anderen, die wir noch haben, das sind so kleinere Rassen, die so ein bisschen außen vor mit sind. Die haben auch noch nicht ganz so das volle Spektrum an verschiedenen Einheiten. Okay. Meistens so eine Starterbox, wo dann halt so drei Schiffe mit dabei sind und ein, zwei kleine zur Erweiterung dazu. Mhm. Wir haben sie einfach mal mit reingebracht, um so ein bisschen zu zeigen, dass sie wirklich auf völlig unterschiedliche, ja, Armeen oder Optiken und sowas machen. Okay. Und was spielt ihr persönlich am liebsten? Ich bin freundetarmisch an dir. Die Schiffe sind auch von mir. Und ich hab mich einfach vom Design her nicht verliebt, noch vor der Spielweise, das ist am schönsten. Weil sie halt die ausgerechnen Fraktionsfraktion ein sind. Okay. Die Liberalen. Ja. Nicht unbedingt die Gewinnerfraktion, aber... Wir haben schon gehört. Ja, ja. Aber das ist ja nicht immer ein Ziel. Aber es macht vom Spaß her, vom Spaßfakt von mir haben am meisten laune, sagen wir es mal so. Okay. Richtig gut sind sie auch nicht. Richtig böse auch nicht. Richtig gute, neutrale Fraktionen. Ja, klasse. Ja, ja. Die in Heimatbleiben zerstören. Ne, Beine haben wir zerstören. Das ist auch nur aus Versehen. Aus Versehen. Und man hat auf den hohen Knopf gefallen. Ja. Welche Fraktion spielt ihr am liebsten? Also ich spiele, hab als erstes die gehabt, die jetzt nicht da sind. Die Aquarianer. Die waren richtig, sind auch gut. Die haben Schilde. Ja, das war eigentlich der Familie. Ist das eine außerirdische Fraktion? Ja. Zeigbar mal her. Zeigbar mal her. Die Aquarianer sind keine eigene, oder sind keine einzelne Spezies an sich, sondern ein großer Zusammenschluss an verschiedenen Spezies, die hauptsächlich entweder rein im Wasser leben oder halt... Also die Schiffe sehen auch tatsächlich aus wie so Tintenfische, ne? Die Schiffe haben oftmals ein sehr schlankes Design mit. Ja. Ihre Stärken sind, oder sind sehr sehr ausgeglichen. Sind auch eine sehr gute Anfängerflotte. Okay. Da sie mit sehr breiten Schusswinkeln arbeiten, wo man dann nicht so genau die Schiffe positionieren muss, um richtig schießen zu können. Okay. Haben so ziemlich alles mit da drin, was auch auf lange Sicht mit auch sehr gut mit ist. Okay. Kann man vielleicht auch vom Anfängerfaktor her, Aquarianer Terraner sind schon mal zum Reitsteigen halt sehr schön gemacht. Okay. Und dann halt am wenigsten, man hat die Regeloption, ich möchte sagen, einfach am wenigsten rein in die Regeln. Ja. Sind die Regeln denn an sich aus eurer Sicht, ich meine, ihr seid drin, aber sind sie komplex für einen Anfänger? Oder gibt es so richtig, gibt es so Einsteiger-Missionen oder Kampagnen und Ähnliches, dass man sagt, irgendwie komme ich ganz gut rein? Es geht. Die Basis ist relativ einfach. Okay. Es wird einmal nur mit einem W6 gewürfelt. Grundsätzlich gilt, mit einem 4 oder 5 hast du getroffen, mit einer 1, 2 oder 3 hast du verfehlt. Okay. Und dann entsprechend, wie viele Würfel da mit dabei sind. Die große Komplexität kommt dann mit den diversen Sonderregeln. Was haben bestimmte Waffen für Auswirkungen mit? Was haben bestimmte Schiffe für Verteidigungsmechanismen? Ja. Jäger zum Beispiel bringen noch ein sehr schönes Element mit rein. Es gibt verschiedene Arten an Jägern. Also es gibt die Abwängjäger, die primär da sind, um gegen unsere Jäger abzuschießen. Es gibt die Bomber, die primär zum Angriff auf die großen Schiffe sind. Es gibt universelle. Okay. Und es gibt auch Mannschaftstransporte, die versuchen sollen Schiffe zu entern. Die kann man am Anfang rauslassen, würde ich im ersten Spiel noch machen, weil es einfach dann zu viele Elemente mit drin ist. Und es gibt auch ein eigenes Kartensystem mit dazu, wodurch man noch ein zusätzliches Spannungselement mit reinbringen kann, um bestimmte Schiffe noch mal kurzzeitig zu boosten mit. Oder sich die Initiative noch mal leichter zu erhaschen und so weiter. Ist das so ein zufälliges Ereignis oder kriege ich diese Karten? Ich darf am Anfang drei Karten, glaube ich, nehmen. Okay. Und dann kann man sie während des Spiels auswählen. Wie lange dauert denn so ein durchschnittliches Spiel? Also wenn ich sage, okay, lass uns mal treffen, so ein Durchschnittspiel. Durchschnitt? Kommt einmal auf die Armeegröße, natürlich auf die Erfahrungen drauf an. Nimm mal alles was. Jetzt mit dem Kleinen, was wir hier mit haben, das ist so eine Spielgröße von 500 Punkten, einfach mal, um das so in den Raum zu reifen mit. Das ist sozusagen auch die Minimalvariante mit. Okay. Nach dem kann man so sagen, anderthalb Stunden ungefähr, minus eine halbe Stunde. Okay. Also das ist schon relativ lang für... Schon relativ lang, ja. Okay. Also kein typisches Bier- und Brätselspiel. Und wie groß kann das Ganze werden? Kann ich den Raum schlachten? Ja. Man kann sehr, sehr groß auslegen. Ähm, die Punkte sind von... Sparting ist glaube ich bis 2800 pro Armee-Organisation ausgelegt. Dann kann man auch mehrere von diesen Plänen auch nochmal zusammenlegen, weil man sagt, okay, das reicht mir nicht, ich möchte wirklich das komplette Wochenende durchzocken. Ist möglich. Okay. Und ich kann es ja auch nicht nur zu zweit spielen, richtig? Richtig, genau. Also es funktioniert auch im Multiplayer. Genau. Das ist ja auch, ähm, gerade so Multiplayer-Spiele im Tabletshop-Bereich sind nicht so oft zu finden. Also wir haben es jetzt rausgefunden bei Bollsum, da geht das gut als Multiplayer. Ähm, aber auf andere Spiele... Funktioniert das hier auch gut? Ja, funktioniert sehr gut. Funktioniert sehr gut. Wir haben es jetzt mehrfach schon mit getestet. Man kann sogar auch, ähm, wenn man jetzt ungerade Zahlen mit hat, da wird es ja meistens schwierig. Kann man das auch relativ gut machen, indem man dann sagt, okay, ähm, man nimmt zum Beispiel zwei verschiedene Armee-Organisations-Pläne, dass man es sehr fair mit hat von der Aufteilung. Okay. Weil gerade bei kleinen Flotten-Metteln wird es schwierig. Bei großen Punkten geht es einfacher. Da kann man auch mit zwei sozusagen gegen einen, das funktioniert nicht einfach. Aber man ist schön, sehr flexibel auf jeden Fall. Ich kann klein einsteigen, ich kann groß spielen, ich kann zu zweit spielen, ich kann zu vier, fünf. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ich werde jetzt, äh, jetzt mal testen, mit wem spiele ich denn heute? Du darfst ja aussuchen. Wir haben genügend Leute zur Auswahl dabei. Vielleicht wie an den schlechtesten Spieler. Also jetzt. Okay. Was schlägt ihr denn vor, welche Parteien wir heute spielen? Also vom Design her, wenn ich jetzt frei wählen dürfte, würde mich vom Design her, glaube ich, die hintere Fraktion interessieren und auch die vordere. Ja, gerne. Ja, die ist aber auch ganz schön. Die sind super hübsch, wobei mir die zu, zu, zu unbeweglich aussehen. Aber das täuscht? Nicht ganz, das ist tatsächlich sogar Absicht. Ähm, okay. Die Schiffe bewegen sich sehr, sehr langsam. Okay. Dafür haben sie eine Besonderfunktion. Sie können die, ich sag mal, Hyper-Raum-Antrieb mit in der Schlacht benutzen und damit nach vorne springen. Okay. Also jeder hat wieder seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, rein nach dem Optischen kannst du hier nicht gehen. Ja. Schade. In WNMU suchen wir gleich noch aus. Genau. Wir wechseln jetzt noch die Kameraansicht und stellen uns auf und dann geht's los. So. Wir spielen jetzt die Tyrannische Allianz. Ja, erzähl mal ein bisschen kurz was dazu. Was haben wir für Schiffe dabei? Was können die? Ja. Ja, was können die im Tyrannische Allianz? Ja. Es ist Frau Mittag und Herr, die grünste Menschenfraktion. Okay. Ist eigentlich gerade ein bisschen Abwind begriffen, weil es eine Bürgerkritik geben hat. Deswegen sind die Schiffe nicht ganz so die modernsten im Ganzen. Vom Spiel her. Okay. Setzen Terraner sehr viel auf Verteidigung. Haben die meisten Schäle von allen Fraktionen, also können am meisten retten. Ja. Haben die meisten Schutzmaßnahmen, zum Beispiel ihre Waffenstärke geht nicht so schnell runter im Spiel. Okay. Halten auch ein bisschen mehr aus. Also sie können auch richtig was einstecken, auch bevor irgendwas zerstört wird. Genau. Dafür ist ja der Knackpunkt, sie teilen halt nicht so unbedingt viel aus. Okay. Es ist schwer mit ihnen Schwerpunkte zu setzen. Oder zum Beispiel so ein One-Shot-Wunter zu landen. Mhm. Und sie müssen halt ziemlich nah ran, um wirklich Schaden auszugreiter. Okay. Wir haben jetzt hier drei verschiedene Schiffe. Wo liegen die Unterschiede da drinnen? Was kann vielleicht das Schiff besser wie das? Oder ist das schon recht gleich? Ist eigentlich relativ auszutreten. Okay. Das ist der Klassiker, wie man halt bei Weltrauf spielen kennt. Es sind Kreuzer in dem Spiel. Das sind die klanischen Standardkreuzer. Ein großes Schlachtschiff. Die war die Talon-Klasse. Und vier Freak-Vierk waren die kleinen Brigatten. Also es bringt auch was, wenn ich mit diesen kleinen Schiffen auf große Schiffe schieße. Ja. Also die können auch schon was anrichten. Also das ist jetzt nicht so, als wenn die jetzt auch selbst nur die kleinen Schiffe jagen müssen. Und das System ist halt, du legst halt, du legst halt, du legst halt, du legst halt das Feuer halt auch zusammenlegen. Ah, okay. Um halt den Schadenswert, es gibt in dem Spiel halt Schadenswerte für jedes Schiff, den Schadenswert eher besser zu erreichen. Okay. Und die Talon halt nicht ganz so gut drin, weil halt der Waffenstärke tatsächlich etwas schwächer ist, wie schon gesagt. Aber mal gucken. Okay. Ja, ich bin gespannt, wie sich das Ganze spielen lässt zu dem ganzen Spielzug an sich. Wie das Ganze funktioniert, kommen wir gleich noch. Aber stellen wir uns kurz die Gegenfraktion vor. Hallo. Ja, hallo. Ich bin jetzt auch hier. Ich darf jetzt gegen den Sascha spielen. Ich habe leider das ganze Vorwort nicht mitbekommen. Deswegen bin ich komplett ahnungslos, was dieses Spiel angeht. Und deswegen gehe ich an meinen Coach ab, der mich heute bei dem Testspiel coacht. Und er erklärt mal die Fraktionen und wahrscheinlich alles den Rest. Keine Frage. Wir führen dich sauber durch. Wir haben es hier mit der Chidorianer-Fraktion mit zu tun. Es ist eine Fraktion, die vom Hintergrund her sehr auf Handel mitsetzt. Ist den Tyranern eher dadurch feindlich mit eingesetzt wird, weil deren Haupthandelspartner im Krieg mit ihnen klingt. Ansonsten wäre es für sie jetzt nicht so das große Problem. Spiertechnisch ist es so, dass die Chidorianer sehr viel auf ihre großen Schlachtschiffe mitsetzen. Die großen Schiffe bei denen selbst haben ihren Vorteil mit darin, dass sie in alle Richtungen gleich stark ausfeuern können. Die Schiffe sind relativ langsam in ihrer normalen Bewegung, haben aber die Sonderfunktion, sie können ihren Hauptantrieb aufladen, um einen Sprung nach vorne zu setzen. Das Problem ist, der ist nicht so genau. Man würfelt die Distanz aus, die man in dem Fall kriegen kann. Von der Feuerkraft her haben sie den besonderen Vorteil, sie können in alle Richtungen gleich gut feuern. Die meisten Schiffe sind entweder nach vorne oder zur Seite ausgerichtet. Bei denen ist es so, sie können in alle Richtungen hinweg ihr Hauptfeuer mitgeben. Zumindest bei dem Schlachtschiff und auch bei den Kreuzern. Die kleinen Fregatten sind ein bisschen klassisch, nach vorne ausgerichtet ihre Hauptwaffen, ein bisschen was zur Seite. Wie funktioniert denn Firestorm Armada, also der Spielzug? Wie kann ich mir das vorstellen? Es gibt ja verschiedene, im Tabletop-Bereich habe ich ja viele verschiedene Methoden. Ich kann alles auf einmal bewegen. Es gibt eine Initiativephase, wo zum Beispiel jeder Spieler nur immer eine Figur oder ein Schiff bewegt. Wie läuft das bei Firestorm Armada? Wie kann ich mir das vorstellen? Auch ein bisschen klassisch. Okay. Es gibt los mit der Initiativephase. Beide Spieler, Kontraentenwürfel mit einem 2-4-6. Ja. Die Völker haben jeweils einen sogenannten Initiative-Bonus. Okay. Der ist je nachdem unterschiedlich. Kann zwischen 1 und 3 liegen. Okay. Der wird dann mit draufgerechnet. Und wer die höchste Zahl einfach hat, der fängt dann das Spiel an. Oder der aufentscheiden, wer anfängt. Okay. Und das heißt, ich bewege dann alles, was ich habe? Nein. Okay. Das wird abwechselnd gemacht. Jeder bewegt eine Schwadronen nacheinander. Ah. Das wird auch aufgebaut. Okay. Zum Beispiel, ich bewege erstmal meine Schwadronen Kreuzer. Die drei gehören zusammen. Ja. Dann kommt, man kommt rein dran, bewegt eine Schwadronen, die er möchte. Ja. Dann, wie beim klassischen Spiel auch, die Figuren ein bisschen zusammen bleiben. Ja. Ja. In bestimmten Abstand, je nach Größe und je nach Volk. Ja. Ja. Und nachdem bewegt wurde, wird geschossen mit der Schwadronen. Auf dem Ziel. Auch mit der B6, klassischer Basiswert, ist halt auf die 4+, trefft auch was alles. Das kann auch modifiziert werden durch Gelände. Okay. Das Ziel kann schwieriger sein, weil die kleinen Kreuzer zum Beispiel trifft man etwas schwieriger. Ja, weil sie kleiner sind, klar. Ja. Achso, okay. Also das heißt, ich bewege mich, mein Gegner bewegt sich. Oder ich bewege mich und schieße dann ab? Genau. Achso, okay. Ja, das macht sich alles zeitgleich. Und dazwischen kannst du noch die Interaktion machen. Die Schiffe können noch in kurzer Entfernung Intertruppen auf andere Luftziele absetzen. Ja, unter dem geschossen wurde, alles durchbewegt. Hier kommt eine sogenannte Endphase. Ja. Schaden wird repariert. Achso, okay. Die Schadenskarte wird abgelegt. Und dann geht einfach eine neue Initiativephase los. Okay. Ja, ich bin gespannt. Wir bauen jetzt das Spiel auf. Wir bauen jetzt die Fraktion auf. Wir stellen quasi schon mal alles auf und dann geht's los. Gut. Damit ihr einen kleinen Überblick mitkriegt, was eigentlich da an Werten und ähnliches auf euch zukommt, haben wir jetzt wieder mal das Schlachtschiff der Terrane mit dem Ausfall. Das fängt ganz klassisch an mit einem Namen, einer Typenbezeichnung mit. Und den wichtigen, was ist es denn überhaupt? Ähm, die Schiffe klassifizieren sich in verschiedene Größenvarianten. Und manche haben noch diese Zusatz Capital. Capital heißt, dass es einfach ein sehr massives Schiff mit ist. Ähm, zum Beispiel gibt es kleine Schiffe, die werden von den Schiffen mit der Zusatzklassifizierung Capital einfach nicht so gut getroffen. Ähm, von den Werten haben wir als allererstes den Schadenswert DR Demandrating. Das ist dafür da und wie viele Erfolge braucht man mit seinen Schadenswürfeln, um überhaupt über die Panzerungen wegzukommen und überhaupt Schaden zu machen. Alles, was da drunter ist, wird vollkommen ignoriert. Wenn man jetzt da drüber mit liegt, wunderbar, dann hat man schon den ersten Schaden mitbekommen und zieht dann auch entsprechend von den Hitpoints den HPs einfach einen mit ab. Sind die HPs auf null reduziert, ist das Schiff zerstört und wird das Spiel entfernt. Wenn man allerdings sehr viel Schaden gemacht hat, dann kann es sein, dass man den sogenannten CR, die Critical Rating, erreicht. Beim CR ist es so, wenn man das mit erreicht, macht man zwei Schadenspunkte und kriegt noch einen Zusatzeffekt auf das Schiff. So kann es dann zum Beispiel sein, dass ein Antrieb nahe Arm gelegt wird, die Waffensysteme gestört werden oder auch sogar Ausfall der Lebenserhalte Maßnahmen mit sind, wodurch konstant Schaden auf das Schiff generiert wird. MV, eigentlich der wichtigste Wert am Anfang, die Bewegung. Das entspricht an, wie viel Zoll ein Schiff bewegen kann. Das Besondere ist allerdings, die Schiffe werden nicht einfach per Maßband langgezogen, sondern müssen sich entsprechend dieses Markers mitbewegen. Je nach Größe des Schiffes, müssen die vorher eine gewisse Distanz geradeaus machen und können dann eine 45-Grad-Ringung machen. Als Beispiel bei den kleinen Schiffen, die sind sehr wendig, die können direkt die 45-Grad-Bewegung machen. Man muss nicht die 45 Grad nehmen, kann auch weniger nehmen, aber man darf halt nicht mehr wie die 45 Grad nehmen. Dazu müsste man einen weiteren Bewegungspunkt ausgeben, weiterzusetzen. Bei den großen Schiffen ist es zum Beispiel so, die müssen vorab zwei Zoll geradeaus bewegen, bevor sie einmal drehen können. Und dann halt entsprechend noch das Gleiche. Sprich, wenn ein großes Schiff versuchen würde, mit einem kleinen Schiff ins Heck zu fallen, weil das kleine Schiff zum Beispiel da auch weniger Feuerkraft mit hat und auch ein bisschen die Schadenschwelle reduziert ist, ist es sehr viel schwieriger. Kleine Schiffe hingegen können größere Schiffe sehr viel einfacher mit von hinten mit reinfallen, um halt da mehr Schaden zu machen. Die mittleren Schiffe, also entsprechend 1 Zoll nach vorne, 45 Grad drehen, 1 Zoll nach vorne und wieder 45 Grad. Der nächste sind die Crewpoints. Die Crewpoints sollen ein bisschen darstellen, wie viele Mannschaften sind an Bord des Schiffes. Dieser Wert kann durch diverse Waffen oder Schadensmarke reduziert werden. Wichtig ist denn die Crewpoints vor allen Dingen darum, wenn es geht, Endermannschaften drüber zu schicken. Die Crewpoints, wenn mehr Erfolge beim Enteren gemacht werden, als Crewpoints da sind, dann verursacht man mit dem Enteren einen kritischen Treffer. Also das gleiche Effekt mit, man verliert 2 Höhenpunkte auf dem Schiff mit und kriegt halt noch einen Zusatzeffekt mit drauf. Die AP sind genau das Gegenstück, das ist sozusagen das Offensiv- und auch das Defensivpersonal. Man kann pro Gesamtspiel einmal sein Offensivpersonal auf ein anderes Schiff mit rüberstecken, um dies einzugreifen. Ist das einmal verbraucht, kann man halt keine weitere Endermannschaft mit draufsetzen. Die APs reduzieren sich dadurch aber nicht. Sie sind zum Verteidigungsfall, sind sozusagen über, was weiß ich, diverse Deckengeschütze, gemeine Flammenwerferfallen oder sonst irgendwas, um das Schiff zu schützen. Es zeigt sozusagen die interne Verteidigung und auch die Offensive des Schiffes mit. Die PD ist die sogenannte Point Defensive, leichte Waffensysteme, die dazu da sind, um Jäger oder auch Torpedos abzuwehren. Manche Schiffe haben sogar noch Minen, die sie auch noch während der Bewegung sozusagen abwerfen können. Aber zum Beispiel bei einem Terranischiff, die haben zum Beispiel zurzeit keine. Die Punkte sind die Punkte, wie viel kostet das Schiff als Proding sozusagen. Dabei ist schon die meiste der Ausrüstung mit dabei. Man kann es aber auch mit verschiedenen Upgrades mit versehen. Wir haben jetzt die Upgrades in dem Fall hier vorab vorgenommen, um es einfach zu machen, um die Leute nicht zu sehr mit zu vielen Informationen zu überfluten. Dann gibt es noch die Schilde mit den wichtigsten Werten, gerade für die Terraner, dadurch, dass die halt eine große Stärke mit haben. Schilde sind direkte Würfel mit W6, die man entsprechend gegen den gegnerischen Schadenswert erwürfeln kann. Auch da funktioniert es wieder so, dass man halt mit jeder 4, 5 oder 6 entfernt man ein, beziehungsweise bei einer 6 sind immer zwei Schadenswürfel, die entfernt werden. Dann das Wichtigste natürlich, die Waffensysteme. Jede Schiff hat unterschiedliche Waffensysteme. Die sind auch einzeln angelegt, weil jedes Schiff kann pro Runde alle diese Waffensysteme abfeuern. Zudem, je nachdem über welche Reichweite wir arbeiten, sprich auf sehr hohe Distanz von 30 bis 40 Zoll, hat zum Beispiel die Seitenwärmung hier im Moment nichts, was er anrichten kann. Die Türme von dem System, da steht auch gleich Any, das heißt sie können in jede Richtung feuern, sie müssen sich nicht auf einen bestimmten Schusswinkel erinnern, können dabei bis zu 40 Zoll sogar vier Würfel würfeln. Dann gibt es noch das Vorwärts, in dem Fall steht hier Fix mit bei. Fix ist ein bisschen gemein, man muss den Feuerwinkel genau auslegen. Die Breite des Schiffs in einer geraden Linie ist in dem Fall vorwärts fix. Fehlt das fix, kam man vorwärts zum Beispiel, hat man den 90 Grad Winkel von der Mitte aus gesehen. Und es gibt noch Torpedos, die sind separat mit angelegt, weil die in der reinen Folge anders kommen. Die normalen Hauptwaffen werden zeitgleich sozusagen abgefeuert und die Torpedos kommen danach. Hat der Hintergrund, wenn man Schaden auf dem Gegner ein Schiff mit hat, dann senkt sich auch der Verteidigungswert, die PD zum Beispiel dabei. Und wenn danach die Torpedos mit ranrücken, kann es natürlich sein, dass man schon entsprechend weniger Verteidigungsügel hat. Und zum Sonderregeln kommen wir dann, wenn sie einschlagen. Genau. Also wir haben die Aufstellung jetzt soweit beendet. Wir können mit dem ersten Spielzug anfangen. Hierzu wird wieder Initiative gewürfelt. Jeder wieder zwei bis sechs. Plus halt in dem Fall den Cliff-Tactic-Bonus. Ist bei beiden Spielern allerdings zwei, von daher zählt die reine Würfezahl. Gut, na dann, auf geht's. Drei. Okay. So, du darfst jetzt auswählen, welches Schwadron du zuerst aktivieren möchtest. Also da darf ich nicht wieder aussuchen, ob er oder ich, sondern ich muss einfach. Genau, jetzt in dem Fall denkst du mir an. Habe ich noch so ein Sheet, wo ich meine Werte sehe? Ein Sheet ist so immer. Also das ist quasi das große Schiff. Genau, wir können auch das hier dazu nehmen. Und dann haben wir, das sind die Hermes, die Kreuze. Also die und das sind die Kleinen. Genau, das sind die Kleinen. Alles klar. Oder wie geht's? Auch jederzeit messen. Von jedem Augenblick aus an. Du kannst zum Beispiel ein bisschen bewegen und dann messen. Oh, bin ich schon gleich weiter? Oder muss ich jetzt noch ein paar Zoll nach vorne? Oder kann ich's lassen? Das ist, wie gesagt, euch völlig frei überlassen. Warte. Achso, ja. Wenn du nur geradeaus nach vorne merkst, kannst du das so machen. Ansonsten ist das wichtig für Drehung. Hier sind vier Zoll drauf, ne? Da sind vier Zoll auf der einen Seite, genau. Was fliegen die Kleinen? Elf Zoll. Die Kleinen sind recht flüchst. Da musst du auch nicht aufpassen, dass es sich umhassbar hat. Die Kleinen haben das nicht, ne? Ne, die Kleinen haben das nicht. Dafür sind sie relativ schnell mit 10 Zoll. Du hast auf 20 Zoll. Ja, was wäre denn jetzt so der Plan? Ähm. Also das große Schiff stelle ich mir einfach mal schon mal recht schwierig vor zu knacken. Ach Quatsch. Wenn du den großen rausnehmen kannst, oder schwer beschädigen kannst, wirklich schnell, ist das Spiel praktisch auch schon halb gewonnen. Ah, okay. Gibt es hier eine Anzahl von Schiffen, die man verliert und dann das Spiel automatisch verliert? Oder ist es bis zum Mittrennende? Es gibt einen sogenannten Technic Value Marker. Das ist das hier. Den stellst du je nach Spielgröße auf eine bestimmte Zahl an. Und wenn du halt Schwadronen, äh Schiffe verlierst, geht der in den Minusbereich. Es gibt hier Plus und Minus an den beiden Seiten. Mhm. Und der Gegner kriegt dafür, dass er Schwadronen, weil das Schiff war auch von dir zerstört, geht dann in die Plusseite. Alles klar. Und wenn du halt den bestimmten Erd erreicht hast, wir sagen jetzt einfach mal 500 Punkte sind es plus 10 Punkte. Ja. Dann hast du das Spiel halt gewonnen. Ja. Alles klar. Sprich dann ist das Ergebnis so schlecht für den anderen, dass er keine Chance mehr hat und damit würde automatisch der Rückzug eingeleitet werden, beziehungsweise dann halt. Und die Mission erledigt. Je größer die Schiffe sind und desto größer die Schwadronen sind, desto mehr Punkte kosten sie halt auch. Wenn du halt die Flaggschiffe noch dein Nebenball zerstörst, das Schiff neben dem Flaggschiff ist, dann gibt es noch mal Punkte drauf. Ups. Das hat keiner gesehen. Okay. Ja, dann meine erste Schwadron ist geflogen. Danke schön. Das du. Feuern kannst du noch nicht. Ist noch nicht in Reichweite. Okay. Wie weit sind denn meine... Also ich habe hier zum Beispiel ja 40 Zoll. Ist das richtig? Das ist die Reichweite. Maximal Reichweite in der Waffe. Okay. Du kannst jetzt ab 40 Zoll von der Steuerbaut Backbaut, also von den Seiten. Ja. Das ist 90 Grad, das machst du diese tollen Kreuz an den Basis dran. Darfst du einen Würfel werfen. Du kannst im Firestorm die Würfel zusammenlegen. Alles was in Reichweite ist, schmeißt alle Würfel zusammen am Pool. Ja. Und ja. Das heißt, ich könnte mich jetzt zum Beispiel 10 Zoll weit nach vorne bewegen. Mhm. Und drehe mich dann, damit ich halt die Seite habe und könnte auf ihn feuern. Genau. Das ginge. Mhm. Wichtig ist, wenn du Waffen in einen Pool mit wirfst, das Hauptschiff sozusagen. Du legst ein Schiff von denen als Hauptschiff mit fest. Das nimmt seinen vollen Würfelvorrat. Alle anderen legen ihren Würfelvorrat zusammen und dieser wird halbiert. Okay. Der kommt dann zu dem Hauptschiff mit dazu. Okay. Das ist ein Demo-Spiel, von daher müssen wir ja einfach mal ausprobieren. Ich würde mich jetzt einfach mal 10 Zoll weit nach vorne bewegen. Das ermutigt auf jeden Fall. Mit allen Schiffen. Mhm. Oh. Pass auf den Dicken auf. Ja. Das heißt, müssen die alle die gleiche Bewegung machen? Nein, absolut nicht. Ah, okay. Das heißt, ich könnte die drei jetzt so setzen und würde dann quasi eine Drehung machen. Mhm. Können Sie vorne anlegen, ja? Genau. So. Und das gleiche dann... Oh, das ist natürlich jetzt... Kann ich auch ineinander fliegen? Ja, Sie dürfen nur nicht mit den Bases als Abschlusskontakt übereinander stehen. Ja. Also direkt aneinander ist okay. Ja. Aber Sie dürfen nicht übereinander stehen. Und sonst ist es hier ein 3D-Spiel. Genau. Also du kannst mit jedem Schiff über das andere hinweg fliegen. Das ist kein Thema. Okay. Ähm. Du kriegst aber trotzdem nur Schutz, weil durch Minastroiden... Durch Astroiden, ne? Durch Astroiden wird das Feuer halt nebenbei noch halbiert. Das heißt also, die zwei können definitiv nicht feuern, weil sie nichts sehen. Genau. Die sind nicht mehr im Schusswinkel drin. Aber die zwei können. Die beiden. Genau. Muss ich mich jetzt für ein Waffensystem entscheiden? Ähm. Du feuerst prinzipiell alle Waffensysteme. Achso, ich feuerle alle Waffensysteme. Du musst auch nicht auf dasselbe Ziel schießen, du kannst es dir aussuchen. Okay. Du musst halt nur versuchen, dass du genug Würfel würfelst, um auf den Damage-Wert des Schiffes zu kommen. Was Jens heute noch gut erklärt hat. Okay. Das heißt also, diese zwei Schiffe können schießen und ich möchte halt als Ziel dieses Schiff anwählen. So, wir haben eine Reichweite. Und ich zerstöre das erste Schiff. 5 zu Zoll. Geht das auf das nächste Schiff? Genau. Hier ist wirklich jedes Objekt für sich. Ne, die sind das, ne? Ne, die sind das. Die sind das, genau. Zwischen 10 und 20. Und? Steuerbrochen? Das geht aber dann mal. Das ist ein Plan is right. Vier Würfel. Vier Würfel. Genau. Kannst du jetzt vier Würfel werfen? Pro Schiff? Oder? Du kannst es entweder sagen, pro Schiff vier Würfel. Oder ich lege so zusammen und hab dann Hotschiff vier Würfel. Das andere bringt zwei Würfel mit rein. Einen Pullen mit sechs Würfeln. Genau. Das ist die Überlastung, wie du es machen möchtest. Aber du schießt noch durch den Meteoriten praktisch mit hindurch. Ja. Das heißt, dein Würfelvorrat wird eh nochmal halbiert. Ah, okay. Okay. Dann würde ich halt die Stücke zusammenlegen auf sechs. Dann halbiert sich meine Zahl. Das heißt, ich habe drei Würfel. Genau. Was muss ich jetzt werfen? Eine vier. Eine vier, fünf oder möglichst sechsen. Die sechsen zählen doppelt. Oh. Zwei. Zwei sechsen und der ist raus. Der ist raus. Das heißt, du kannst jetzt nochmal zwei Würfel dazunehmen. Okay. Die sechsen würfelst du nach. Die zählen jetzt doppelt einfach. Noch eine sechsen. Genau. Du machst das jetzt genau richtig. Den darf ich noch. Ach nee, den. Der ist auch eine sechsen. Zehn nochmal. Und nochmal nachwürfeln. Ja. Das kann nämlich unter Umständen sein. Okay, der ist raus. Jetzt hast du drei sechsen. Das heißt, jede sechse hielt ja zweimal. Ja. Vier. Sechs Schaden. Plus den einen noch dazu sind sieben Schadenspunkte. Dein Damage Rating ist in dem Fall drei. Oder sogar dein Crit Rating fünf. Das heißt, der wäre da sogar rüber. Normalerweise würde der jetzt zwei Schadenpunkt bekommen und wäre raus. Du hast aber noch Schilde. Zwar nur ein Würfel, aber du musstest versuchen möglichst viele sechsen in Folge zu würfeln, damit die Schilde stark genug sind, diesen Angriff abzuwerfen. Ja. Der war stark. Nein. Okay. Das heißt, sieben Schaden kommen mit an. Fünf ist ein kritisches. Das heißt, zwei Trefferpunkte hat das Schiff von Haus aus. Damit ist es zerstört. Das war besser. Das ist nicht schlecht. Ich sag nochmal zwei, vier, sechs wegen dem kritischen Wert. Ja. Weil es kann sein, wenn du... Das ist der Leaktor hoch. Das ist der Leaktor hoch. Bei der Doppel eins. Nein. Nein. Aber es wird noch gut gebrochen. Die Gerüse nocht. Ja. Durchaus. Ja. Habe ich jetzt nicht gedacht, um zu sagen. Gut. Dann wird das nie. So, das heißt, ich habe jetzt dieses Quadron abgeschlossen. Die Gerung ist dran. Richtig. Ah, okay. So. Du kannst entweder jetzt mit denen arbeiten, mit den kleinen, versuchen wir draus, oder auch mit dem Großen, zum Beispiel in die Richtung mit zu gehen. Bei dem Großen hast du deutlich mehr Reichweite. Du kannst schon auf 24 Zoll 7 Schuss abgeben. Oder auch mit dem... Kann ich diesen... Achso. Ich sag jetzt mal Rohrpsprung machen, wenn man schießen kann. Ja, kannst du. Du kannst mit dem Strom sowohl über eigene Objekte als auch über Objekte im Spielfeld mit hinweg springen. Selbst die massereichen Objekte kannst du rüberspringen. Reicht dein Wurf aber nicht und du landest da drin. Okay. Ne, also ich möchte den Großen aber noch nicht aktivieren. Okay. Weil er kann seinen ja auch noch aktivieren. Richtig. Deswegen nehme ich den kleinen hier. Die haben 4 Zoll nur. Das heißt, wenn ich mit so einem großen Schiff in so einem Masseobjekt springe, ist es zerstört? Ja. Also da kram ich auch nichts gegen. Da ist auch keine Chance, irgendwas geht mit. Selbst wenn du ein großes massereiches Objekt rammst, warst du schon. Ich hab immer so ein Problem bei X-Ring, dass ich auch ständig in Kometen fliege. Kann ich jetzt noch eine Drehung machen oder musste ich das am Anfang machen? Ne, die kannst... Wie viel hast du jetzt bewegt? 4 Zoll. 4 Zoll. Okay. Das heißt, die haben jetzt keine Bewegungspunkte mehr übrig. Das heißt, die können jetzt nicht mehr drehen. Aber du kannst immer noch springen, wenn du möchtest. Mit 5. Da ist unsere Momente relativ weit. Genau. Die kommen relativ weit. Und du kannst... Ja, das mach ich doch einfach. Du kannst auch jetzt noch eine Sache mit ansagen. Das musst du in der Bewegungsphase machen. Die haben eine Besonderheit. Sie können ihre Energie transferieren. Das heißt, normalerweise hast du in alle Richtungen gleich viel. Du kannst aber Energie von anderen Bereichen abzweigen, um sie auf ein bestimmtes System sozusagen zu legen. Zum Beispiel, wenn du hier nach vorne springst und du willst dir eh seine Kreuzhörer vornehmen, passt das ganz gut. Dann kannst du jetzt die Energie von den anderen Systemen auch vorne mitlegen. Das kannst du mit einer Strecke von 2 machen. Sprich, alle anderen werden dann auf 6 reduziert. Aber deine Hauptwürfe nach vorne zum Beispiel wäre dann auf 10 hoch. Ja, das mach ich doch. Energie transferiert auf 10. Ich springe 23 Zoll. Boah. Boah. Das ist weit. Das ist direkt vor die Haustür. Das heißt, das ganze Squadron springt weg. Genau. Okay. Das reicht ein Wurf. Sind diese Squadronen eigentlich festgelegt? Kann ich auch diese Squadronen erweitern? Oder ist es jetzt bei denen zum Beispiel nur 3 oder bei denen nur 2 oder kann ich auch sagen, das Squadron erweitere ich in meiner Aufstellung auf 4? Die Squadronen sind unterschiedlich groß. Und es gibt eine so eine Squadron Size. Das ist dann je nachdem wie groß das mit ist. Bei denen hier sind die Squadronen sehr klein. Die sind nur 1 bis 2. Ah, okay. Ich sehe es gerade hier 2 bis 4. 2 bis 1. Alles klar. Weiter als ich wollte. Weil anscheinend ist Nahdistanz auch schlechter. Wenn es Zunahme dran ist, treffen sie tatsächlich schlechter. Weil dann die Abwehrmaßnahmen vom Gegner stärker wirken. Okay. Daher denkt man. Aber er könnte ja noch seine Kuh rüber schicken. Du hast aber jetzt noch eine Menge Möglichkeiten. Jetzt schauen wir mal wie weit du von ihm entfernt bist. Das dürfte nämlich jetzt nicht mehr wie weit sein. Man misst immer vom Stab zu Stab. Achso, vom Stab zu Stab. Genau. Den hier. Mach zu mal bitte. Mein Arm reicht nicht so weit. 6 Zoll. 6 Zoll. Okay. Das heißt, du bist nah genug dran, dass du sowohl dein Offensivpersonal auf das erste Schiff rüberschicken kannst. Aber das ist in dem Fall nicht ganz so optimal, wenn du es noch angreifen willst. Weil du kannst nicht dein Offensivpersonal rüberschicken und dann in dem gleichen Aufzug die Artillerie draufhämmern lassen. Nee, nee. Also ich zerstöre die Kleinen und übernehme den Großen dann. Absolut. Ja. Du kannst jetzt zum Beispiel auch so ankündigen. Du hangst über deine Frontbewaffnung. Du musst mal schauen, ob der Winkel noch reicht, ob der nicht zu weit raus ist mit denen. Du kannst nämlich deine Frontbewaffnung auf denen mitlegen und dann mit der Seitenbewaffnung auf die anderen Schiffe. Anders. Ja, okay. Ja, also ich würde auf jeden Fall erstmal die Kreuzer vor mir. Ich kann immer nur ein Schiff zerstören. Das heißt, wenn er auf ihn schießt, kann er auf ihn schießen. Nee, du kannst auch beide, du kannst auch so sagen mit, der schießt auf ihn einzeln, der schießt auf ihn einzeln oder du legst beide zusammen auf ihn und zeitgleich arbeiten die beiden noch auf den hier zum Beispiel mit ihrer Seitenbewaffnung. Das ist möglich. Ah, okay. Okay, ich habe aber jetzt angesagt, dass ich meine Energie transferiere. Genau. Das heißt, die anderen, die Seitenwaffen haben alle nur noch einen? Die haben alle nur noch sechs. Sechs Waffen. Beziehungsweise in dem Fall, nur noch fünf Würfel. Nee, also ich schieße... Du musst doch einmal von hier in den Äußeren, wie weit der ist. Wenn er über acht soll, bist du ja schon... Ja, das sind zehn. Und von dem zweiten? Ja, das ist unter. Sind anderen? Ja, innerhalb acht. Innerhalb von acht. Genau. Also ich würde dann ansagen, die Hauptbewaffnung vorne auf ihn, vorne auf ihn und beide Seiten auf ihn. Alles klar. Das kannst du machen. Gut. Dann habe ich nach vorne, weil ich transferiert habe, neun Würfel mit dem ersten. Genau. Ja. Und auch sechsen? Auch sechsen zählen doppelt und dürfen nachgewürfelt werden. Zwei. Da sind sogar schon einige gute Würfel mit dabei. Ja. Drei darf ich. Genau. Dann nimmst du einfach einen Würfel mit dazu und würfelt es neun. Würfel ich die alle so gut? Boah. Ja, Kevin würfelt immer so gut. Dann habe ich noch eine 6 gehabt. Boah. Auch eine 6. Ist dir zu zart für den? Ja, das war's. Alles klar. Das ist natürlich jetzt eine ganze Menge. Du hast entsprechend hier fünf von den sechsen. Das sind zehn Schaden. Das sind zwei, vier, sechs. Also 16 Schaden. Das ist ne ganze Menge. Ich hab'n kritischen von sechs. Ich hab'n kritischen von sechs. Von sechs. Das heißt, du bist sogar zweimal drüber. Ich bin zweimal zerstört. Sozusagen. Also du hast einen Hitpoint von vier. Also er ist so oder so raus in dem Fall. Aber du hast noch deine Schilde und dazu noch Gegenwürfel. Schilde waren hier eins. Genau. Mit dem Fall noch eins. Du hast einen Würfel und du solltest jetzt ne Menge sechs nachlegen. So wie du es eben schon gemacht hast. Nein. Schade. Okay. Das heißt, du kriegst das volle Schadenspotenzial an das raus. Du darfst aber noch zweimal mit zwei W6 würfeln. Weil du kritischen Effekte mit drin hast, kann es sein, dass der Reaktor von dem Schiff hochgeht und damit Schaden auf die umliegenden Schiffe mitmacht. Das ist nicht gut. Dann haben wir doch ein bisschen mehr dran. Nein. Also nur bei Doppel-Eins egal. Nur bei Doppel-Eins bei den kritischen Effekten passiert das halt, dass der Reaktor hochgeht. Gut, dann schießt das Zweite auf den Mittleren. Ja. Der Sprung war natürlich auch extrem weit. Das war sehr, sehr gut gewürfelt bisher. Drei Stück. Drei Stück. Drei Stück ist unter deinem Damage-Rating. Das heißt, du brauchst nicht mehr für die Schilder. Dann noch beide Seitenwaffen auf den Äußersten. Genau. Das heißt, du hast von dem Hauptschiff noch fünf Würfel. Der andere wurde jetzt fünf geteilt dazu. Aber es wird mittlerweile aufgerüstet. Also hast du tatsächlich dann... Wieder neun. Wieder neun. Nee. Fünf plus... Fünf plus... Fünf plus drei... Acht Würfel. Acht Würfel. Acht Würfel. Immer auf die Vier. Immer auf die Vier. Immer auf die Vier. Es gibt kleine Ausnahmen mit. Zum Beispiel, wenn es die kleinen Schiffe verschossen werden würden. Ja. Das ist schön. Das gefällt mir. Dass man Erfolge werfen muss. Vier Stück. Ne. Sechs Stück. Sechs Erfolge in dem Fall. Das wäre wieder ein kritischer. Aber... Jetzt kann jeder einzelne erfolgreiche Wurf dir Schaden für ihn hindern. Ja. Okay. Das heißt, jetzt ist... Er hat sechs Erfolge. Du hast einen. Sprich, bei ihm wird um eins reduziert. Du kriegst nur nur fünf Schaden mit ab. Das heißt, es ist einmal über deinem normalen Damage-Rating mit rüber. Aber kein kritischer mehr. Okay. Das heißt, er kriegt jetzt einen Schadensmarker. Auf wen? Ne. Ach ja, genau. Richtig. Das heißt, das Schiff hat jetzt nur noch drei Hitpoints. Okay. Wichtig ist für alle Angriffe, die das Schiff jetzt mit durchführt. Dieses Schiff verliert einen Würfel. Für jeden Angriff mit Ausnahme der Torpedos. Okay. Gut. Jetzt hast du bei den Schiffen das abgehandelt, was du machen kannst. Ja. Damit wirst du jetzt gut sein. Alles gut. Wirst du jetzt mit durch. Eine Frage. Blockieren meine Schiffe Sichtlinien? Deine Frage. Ich kann durchfeuern. Man geht davon aus, dass die einfach auf unterschiedlichen Ebenen sind. Okay. Und dementsprechend kannst du auch problemlos drüber fliegen oder auch drüber fallen. Okay. Also das Schiff hat wahrscheinlich auch keine Frontwaffensysteme? Doch, hat es. Gucken wir mal. Hat eine Vorderbewaffnung. Ist aber recht dick. Ja. Aber man macht in erster Linie mehr mit der Seiten der Waffnung und den Türmen. Du kannst die beiden Waffen auch zusammen behalten. Okay. Du kannst zum Beispiel sagen, ich nehme die Steuerbautenwaffnung und die Hälfte von den Türmen zusammen. in einem Moment mehr Schaden zu verursachen. Ja. Dann bewege ich mich mit denen mal, würde ich sagen, mit zweieinhalb. Ich bin aufgerundet. Also vier Zoll. Achso. Vier Zoll. Zwei Zoll. Prinzipiell aufgerundet. Auch die bewegen sich in unterschiedlichen Höhen, dass sich wirklich beide Schiffe... Okay. Dann würde ich jetzt tatsächlich mal auf dieses Schiff feuern. Jo, dann haben wir mal richtig raus. Also wir haben hier eine Steuerbautenwaffnung. Ja. Wir haben auch 8 Zoll, also unter 8 Zoll, auf jeden Fall fünf Würfel, ne? Genau. Und dann haben wir hier nochmal fünf Würfel. Ja. Die vorderen Waffnung fällt weg. Du kannst nur mit dem... Ach so. Okay. Genau. Das heißt, ich habe jetzt fünf Würfel für das eine Schiff. Und wenn ich sage, okay, ich lege sie zusammen, kriege ich wahrscheinlich noch mal die Hälfte der Würfel drauf. Aber ich kann noch eins hinschießen. Richtig. Du kannst noch eins hinschießen. Dadurch, dass dieses Schiff aber schon einen Schaden bekommen hat, hast du für dies nicht mehr zehn Würfel, sondern nur noch vier. Okay. Dann möchte ich gerne, dieses Schiff schießt auf dieses Schiff und dieses Schiff schießt auf dieses Schiff. Ich möchte dir eher raten, nimm einen an, wir anziehen. Okay. Maximiere den Schaden, dass du auf dem Damage-Schwert kommst von dem Schiff. Okay. So ist das sichere. Je mehr Würfel, desto besser. So hast du praktisch, dass du statt fünf Würfel noch die zwei von hier nimmst. Ja, okay. Dass du auf sieben Würfel kommst. So auf sieben Würfel kommst. Weil so ist die wahrscheinlich halt größer, als du auf sieben Würfel kommst. Ach so. So, weder vier oder sechs. Genau. Oh, nicht eine, sechs. Ne, das ist das. Das ist der schwierigste. Vierer Folge. Das würde bei dir aber schon für Schaden reichen. Du hast aber zwei Schilde. Oh. Sehr schön. Jetzt kannst du noch mit dem Torpedos nachsetzen. Ja. Hier hast du Torpedowappen. Reicht bei Position Any. Also jeder Reichweite. Du bist auch wieder Reichweite eins. Das ist nicht ganz so viel. Das sind vier Würfel pro Schiff. Beziehungsweise sechs Würfel, wenn du zusammenlegst. Also hier ist es tatsächlich so, dass umso näher ich dran bin und desto schlechter dann mein Waffensystem ist. Ist das richtig? Das hängt von Völkern an. Es gibt auch Völkern, die haben auf kurzer Reichweite mehr. Mehr von Völkern. Kannst du noch zwei nachnehmen. Weil wenn du beide zusammenlegst. Ach so. Richtig. Aufsieht auch ohne Kibbeln. Okay. Das ist mit Heiße 6. Okay. Jetzt sind schon mal die eine sechs. Das war perfekt. Ich glaube ich nachwürfeln. Jetzt greift er dich mit Torpedos an. Ach so. Das ist eine unterschiedliche Frage. Einmal dein Pultefendel dazu. Die trifft allerdings nur auf die fünf oder sechs. Und danach darfst du nochmal deine Schilde dazu würfeln. Alles klar. Welches Schiff wird angegriffen? Das gleiche nochmal? Oder das andere? Schild das gleiche, wo ich nehme. Ja, ja. Dann hast du einen Würfel weniger, weil du schon einen Schadenswander drauf hast. Beim Schild aber nicht. Beim Schild nicht. Schilde bleiben immer gleich stark, genauso wie die Sekundärwaffen. Nein. Schau. Ein Zweig ist runter. Wunderbar. Damit hast du den Angriff abgeschlagen. Auf die fünf driften. Aber nur den Schatten auf die fünf. Stimmt. Dann hast du noch die zwei Schildwürfel. Gut. Wunderbar. Wunderbar. Das ist schon mal eine 6. Eine. Die Torpedos sind quasi weg. Genau. Die Torpedos sind von der Flattfeuer zwar nicht, aber von den Schilden sind sie... Und mit den Hauptgeschützen habe ich ja einen Treffer gemacht. Ja. Richtig. Muss der markiert werden oder sowas? Ist er schon. Alles klar. Ja. Oder habt ihr auf den anderen geschossen? Ja, wir haben eigentlich auf den ersten geschossen. Ja, wir haben eigentlich auf den ersten geschossen. Wir sind ja nicht schon mal krass. Mhm. Gut. Dann darfst du wieder aktivieren. Das sind Runden begrenzt? Ja. Grundsätzlich ja. Das sind 6 Runden. Okay. Man kann es noch hinauszögern, dann wird gewürfelt wie bei klassischen Systemen. Okay. Man darf vorher ausmissen? Ja. Man darf jede Zeit ausmissen. Ja. Am 16 ist er richtig gut. Ich muss mal gucken, ob ich blöd aufgestellt habe. Mhm. Dann würde ich vorbeispringen am Berg. Also fliege ich 2 Zoll wieder und versuche nochmal zu springen. Der große darf nur mit 4 Würfen springen. Das heißt, ich schieße hoffentlich nicht am Ziel vorbei. 10 Zoll. Das ist schon mal sehr gut. Die Deckung von großen. Ja. Von Planeten. Und dann schieße ich nochmal auf die kleinen. Alles klar. Ich glaube, den Rest kann ich dann eh nicht sehen. Nein, zur Seite ist nicht, weil du kannst... Du hast keine Torpedos. Richtig. Der Planet blockt eigentlich alles ab mit Ausnahme von Torpedos. Torpedos und so weit, dass er um solche Objekte herumlaufen. Aber ich kann ihn trotzdem auf die schießen. Leider nicht. Du hast nur Direktschutzwaffen. Ah, okay. Dann bin ich auf 16 Zoll. Und dann habe ich 14 Schuss. Genau. Und ich schieße auf den nicht verwundeten. Alles klar. Können einzelne Schiffe auch aufteilen? 7-7 oder... Nein, das geht nicht. Es gibt ein paar Schiffe, die können das tatsächlich, aber die meisten Schiffe nicht. Da hast du 14. So, gucken wir mal. Es ist nicht so... Es sind nur zwei Sechsen. Ja, wir haben halt kritischen Sechs. Das heißt, wir haben ein Schild. Genau, du darfst dein Schild zur Beteilung nehmen. Also diese Schilde bringen nicht so glücklich was, ne? Es sind gerade relativ wenig. In dem Fall gerade bei dir nicht so. 7 sind es noch übrig. Das heißt, nein, kritischer Schaden. Jetzt darfst du noch mal mit 2 B6 auf der Tabelle würfeln. Es ist noch nicht ausgeschaltet, weil es 4 Spillenpunkte hat. So, jetzt kommt noch... Was haben wir? 10. Die 10. 10 ist nur noch halbe Geschwindigkeit und kann nicht mehr drehen. Genau. Du hast den Antrieb von dem Schiff jetzt lang. Ne? Drei Schaden kommen drauf. Ach ne, das war ja etwas unbeschädigt. Das heißt, wir werden jetzt hier zwei Würfel abgezogen? Genau. Da werden jetzt zwei Würfel abgezogen. Und du musst nur noch geradeaus fahren. Super. Irgendwann stößt du nicht rein. Du kannst jetzt noch, wenn die Brunschel soweit durch ist, also sprich, du mit deinem Schlachtschiff auch gezogen hast, dann kommen Reparaturwürfel. Da kannst du schauen, ob die Schadenspunkte können nicht entfernt werden, aber die Auf... Aber solche... Okay, das ist gut. So, jetzt habe ich ja den Großen. Jetzt hast du den Großen, genau. So, der bewegt sich 6 Zoll. Das heißt, ich muss mich mindestens 3 Zoll bewegen, richtig? Und du musst dich ja mindestens 2 Zoll bewegen, bevor du eine Bände machen kannst. Das ist ja so, wenn man die 2 Minuten sein kann. Der hat eine Frontbewaffnung. Der hat... Der hat eine Frontbewaffnung. Der ist das hier. Ach, der war das, ja. Der hat eine Frontbewaffnung von Vorfix. Das ist das hier. Aber ich würde halt, wie gesagt, die 3 Zoll hochnehmen. Ja. Dann kannst du ungefähr hier stehen. Und dann kannst du auch mit allem, was du hast, von der Seite und den Türmen zusammen auf die Kreuzer beraten. Also wirklich 3 Zoll sich bewegen? Ja, genau. Das wenigste Hälfte deiner Bewegung wird drin. Und dann auf die, ja? Ja, genau. Und du kannst, wie bei den Kleinen auch bei den Schadenspunkten, die können wir auch untereinander linken. Das heißt, du kannst die Türme nehmen. Ja. Die Reihenreichweite geben. Zusammen mit der Steuerbord-Backbord-Beröffnung. Okay. Das heißt, die Türme geben mir... Okay. Ich muss jetzt mal ausfüllen, wie viele Zoll das sind. Genau. Die habe ich heute. Da sind 16 Zoll. Äh... Ja. Muss ich die... Also 11 Würfel. 11 Würfel. Genau. Das ist natürlich doch hier meine Reichweite jetzt für seinen Schadenspunkt. So was kann noch zusammenlegen. Diese hier, ja? Nein. Die Steuerbord-Backbord links-rechts. Absolut. Das sind dann nochmal... Auch nochmal neun dazu. Davon dann die Würfel. Weil es ist ja wieder... Also fünf zusammengerichtet. Vier, ja, dazu. Vier. So. Jetzt kannst du die auch... Jetzt kannst du die auch gerne nehmen. Die würfel ich auch zusammen. Genau. Das... Linkt feiern. Genau. Tortellos können wir dann nochmal nachlegen. Genau. Die Kunde so. Oh. Noch eine Sechs. Okay. Oh, für mich das gut? Ich bin das okay. Da hast du schon mal recht hier entschieden. Das ist auch noch ein Treffer. Dann sind das zwei, vier, sechs, acht, zehn Treffer. Zehn Schaden wäre natürlich ganz schlecht. Aber versuch mal. Du hast zwei Schild. Gehen wir das jetzt noch nach? Gleich wieder fertig. Okay. Sehr gut. Jetzt geht praktisch die fünf. Drei. Drei Weg runter sind sieben. Das reicht nicht mehr für den kritischen. Es ist ein normaler Schadenspunkt dann praktisch betroffen. Oh Gott. Gesaved. Okay. Die Schilder haben zumindest das Heftigste abgewehrt. Das war der eine, der schon kaputt war. Genau. Kann ich das Stefan aushaschen? Ja. Gut. So. Die Torpedos geben jetzt sieben Würfel auf das gleiche Schiff. Aua. Aua. Jetzt wird das wissen. Na gut. Das sind sechs, äh, zehn, elf, elf Treffer. Elf Treffer. Erstmal deine Point Defensive. Die dürfen jetzt aber relativ niedrig sein, das ist nur noch ein Würfel. Okay. Bleibt einer. Und jetzt noch deine zwei Schilder hinterher. Oh. Sehr gut. Das ist eine Sechse dazwischen. Okay. Vier Stück werden reduziert. Ja. So. Dann sind bei euch jetzt noch sieben übrig. Ja. Sieben reicht wieder nicht für den kritischen, also noch ein weiterer Schadensbruch mit drauf. Wie viele Schaden kann der aushalten? Vier. Vier. Ach, siehst du mal ein Problem an den Schaden? Ja. Ja. Immer einen runter. Ja. Eine Aktion, so warten wir durch. Jetzt kommt noch die Reparaturphase zum Abschluss der ersten Runde. Und danach würde die Initiative wieder neu entfangen. Okay. Das heißt, bei dir ist jetzt allerdings nichts, wo jetzt was repariert werden kann, weil Schadensmarker können leider nicht von den meisten Schiffen entfernt werden. Ja. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, die können das. Okay. Es gibt aber tatsächlich auch Schiffe, die können das. Aber bei dir ist es so, du hast im Moment noch den Antriebsfehler. Genau. Den kannst du mit einem W6-Wurf reparieren. Ganz klassisch. Die 1, 2 oder 3. Schaden bleibt erhalten. 4, 5 oder 6. Reparaturarbeit. Nein. Nein. Bleibt drauf. Okay. Das kann ich aber jede Runde neu für sich probieren. Okay. Ja, cool. Wenn jetzt zum Beispiel Marker mit drauf sind, zum Beispiel bei größeren Schiffen ist es wahrscheinlicher, dass mehrfach der gleiche Fehler mit drauf ist, dann handiert sich das meistens nicht. Aber der Fehler muss trotzdem mit drauf bleiben, weil er muss jedes Mal separat repariert werden. Ah, okay. Sprich, wenn jetzt zum Beispiel viermal den Marker mit halber Geschwindigkeit meldet ist, es bleibt bei der halben Raubgeschwindigkeit, aber es ist halt viermal so schwer, das Ganze zu reparieren. Okay. Sind Torpedos leviziert oder hat er jede Runde Torpedos? Nein. Torpedos hat er jede Runde. Die kann er jede Runde anfallen. Okay. Okay. Manche Fraktionen sind sehr stark auf Torpedos, manche wie zum Beispiel Ketorianer nutzen sie gar nicht. So, Spielrunde Nummer 2. Genau. Fängt an wie immer mit der Initiative. Ja. Fünf, fünf, sieben. Wow. Zehn, okay. Ja, dann fange ich auch mal an. Jetzt bist du auch in einer sehr guten Position. Du kannst jetzt zum Beispiel auch nach deinem Schlachtschiff aktivieren, um nach vorne zu kommen. Nach Möglichkeit jetzt nicht ganz so weit springen, dass du dann auch die Chance hast, mit in alle Richtungen zu feuern. Du musst ja diese volle Sprungreichweite nutzen, die du gewürfelt hast. Ja. Die muss ich zwei Zoll vorher auch machen, wenn ich springe. Ein Zoll musst du tatsächlich vorher, weil jedes Schiff muss sich mindestens die Hälfte seiner maximalen Bewegung bewegen. Wer ist denn hier ein Statistikrechner? Vier wie sechs, wie viel ist das im Schnitt? 20. Nee, das ist sieben. 16, 17 kann es ungefähr sein. Richtig, das geht relativ weit. Wenn ich drinnen lande in den Schiffen, bin ich zerstört? Nein, in dem Fall nicht. Weil ich kurz damit. Nein, in dem Fall wird dann halt zurückgesetzt, bis es wieder geht. Nur bei Objekten. Achso. Da könnte es schwierig werden. Und du darfst natürlich nicht rausspringen. Ja. Ja, ich glaube, das schenke ich nicht mit. Genau. Also ich rechne dann, wenn ich gewürfelt habe, ein Zoll drauf. Dann brauche ich jetzt nicht hier ansetzen oder nochmal ansetzen. Kannst du auch machen. Oh, 18, 19. Also 20. Nee, das ist schon. Hast du schon. Okay. Aber ich spreche dahinter. Okay. Ist auch nicht verkehrt, weil für deinen... Ist das schlimmer, wenn er mich hinten trifft? Tatsächlich für dich ja, weil dein Crit-Rating wird um zwei reduziert. Achso, natürlich. Das ist dann meistens DR. Nicht Crit. Nicht Crit-Rating. Doch. Ist tatsächlich Crit. Also ich schieße natürlich... Du kannst jetzt seine Seitenbewaffnung direkt auf sein Schlachtschiff mitsetzen und mit deiner Eckbewaffnung dann direkt auf seine Schiffe. Na, das sind aber nur 12 Zoll. Das heißt, ich bin... Du bist in deiner optimalen Reichweite mit drin, mit 14 Würfeln. Ach, das ist überall. Ah, okay. 14 Würfeln, ja. 14 Würfeln überall. Nur bei den kleinen Schiffen, da bist du auf Reichweitenband 1. Da hast du dann halt deine... 10 oder 10. Du musst dir dann nur eins aussuchen von den kleinen, auf welches du feuerst. Das ist schon halbe Geschwindigkeit oder das mit der... Das ist besser angeschlagen. Wobei ich dir empfehlen würde das andere, weil er kann dir nicht entkommen. Ja. Also ich schieße erstmal auf die kleinen mit 10 Würfeln. Mhm. 10. Das ist jetzt glaube ich nicht gut, ne? Für dich? Nein. Aber mit dem Wurf nicht so richtig. Fünf. Fünf. Okay. Das würde auf jeden Fall noch für Schaden reichen. In dem Fall sogar noch für den kritischen. Ach so, weil... Weil er an dein Heck mit reinschießt. Okay. Das heißt... Aber du hast noch dein Schild. Ja. Das Schild. Sechsen. Sechsen sind in dem Fall Trumpfen. Ja. Leider nicht. Okay. Haut den kritischen Treffer mit rein. Dann darfst du nochmal mit zwei W6 würfeln. Was der Effekt mit ist? Fünf. Fünf. Fünf ist äh... Point Defense. Okay. Das ist in dem Fall wichtig für dich, wenn du es entern willst. Dadurch, dass deine Fraktion aber keine Torpedos mit verfügt, ist das Point Defensive Netzwerk für dich jetzt eher uninteressant. Wenn du es aber entern willst, da gehen die Point Defensive noch in den Abwehrpool mit rein. Dadurch, dass er da schon massiv reduziert ist, beziehungsweise jetzt sogar die deaktiviert hat, könnte das für deine kleinen Schiffe noch sehr interessant sein. Ja, der hat aber auch sieben drin. Sieben Leute. Sieben Leute haben die. Das ist nicht schlecht. Du kannst nämlich noch eine Endermannschaft auf das andere Schiff mit rüberschicken, aber erstmal deine 14 Schuss auf sein Schlachtschiff. Acht, zwölf, vierzehn. Das sind wirklich viele Schilder. Das ist auch nicht. Ach so, wie sie da sind. Drei. 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 Das solltest du auch. Oha. Sechs. Das ist eine Menge. Acht. Elf. Zwölf. Zwölf. Okay. Die vier. Die vier zählt auch. Nur bei Tarpetus. Zählt die sechs auch wiederum doppelt? Ja. Das sind jetzt schon mal drei Erfolge. Gut. Drei weg. Sind wir bei neun. Neun. Das reicht nur für einen regulären Schadenspunkt. Ja. Einen Würfel weniger für ihn. Genau. Mach da. Jetzt kannst du noch deine Enter Mannschaften rüber auf das nicht beschossene Schiff mit rüber schicken. Du hast eine Enter Mannschaft von fünf. Ja. Enter funktioniert so. Er darf erstmal seine Point Defensive, die er noch hat, plus seine AP zusammenlegen und würfelt. Die Erfolge, die er hat, wird von deinen Enter Mannschaften reduziert. Dann würfelst du mit den noch verbliebenen Würfeln. Und das, was dann praktisch mit übrig ist, die Ergebnisse werden mit seinem Crewvert verglichen. Sobald du auch nur einen Erfolg mit durchbringst, machst du Schaden bei ihm. Wenn du mehr durchbringst, wie seine Crewpunkte mit sind, machst du sogar einen kritischen Schaden. Wie viele Würfel hat er denn? Also ich habe was? PD und AP. Genau. PD und AP. Die APs werden reduziert. Also die PDs werden um den Schaden des Schiffes reduziert. Also sprich, zwei Schaden hat er schon. Man hat nur noch einen. APs sind noch drei. Genau. Auf Sechsen werden... Auf Sechsen werden... Auf Sechsen werden... Ich weiß nicht. Wir sagen mal das. Okay. Dann sind es vier. Das heißt, zwei hat er ausgeschaltet. Du hast jetzt noch ein AP-Personal von drei. Das heißt, drei Würfel. Wie viele Crew hat er? Crewpoints sind bei den kleinen... Äh, doch. Fünf. 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 Genau. Es reicht ein Erfolg schon, um Schaden bei ihm zu machen. Aber wenn du kritischen Schaden machen willst, dann solltest du jetzt gut würfeln. Okay. Nein. Nein. Zwei. Gut. Das reicht. Jetzt darfst du dir auch suchen, wo soll dein Team mit hin. Du machst zwar jetzt... Wir haben die Brücke. Wir haben die... Antriebssysteme. Die haben die Waffensysteme. Lebenserhaltung. Und die... Oder die Verteidigungssysteme. Ich gehe mal auf die Lebenserhaltung. Lebenserhaltung. Dann wirfst du jetzt noch mit einem B6. Vier. Einmal einen Dekropressionsschaden kriegt er. Genau. Das heißt, deine Jungs haben Springladung im Schiff mitgelegt und sorgen dafür, dass jetzt die Hülle aufgerissen ist. Sprich, das Schiff... Physios. Genau. Was für einen negativen Einfluss gibt mir das jetzt? Du verlierst einen Crew Point und bekommst einen sogenannten Hazard Marker. Das heißt, durch das aufgerissen Schiff, das müssen deine Leute jetzt versuchen irgendwie zu flicken. Okay. Solange das mit da ist, verlierst du weitere Crew-Punkte. Ja. Wenn du keine Crew mehr an Bord der Schiff mit hast, reißt das Schiff so weit mit auf, dass es Hüllenpunkte verliert. Das heißt, du verlierst jede Runde so ein. Du verlierst jetzt sozusagen nach der Temperaturphase. Wenn du es nicht schaffst, kriegst du einen weiteren Crew-Punkt verloren. Okay. Das heißt, einmal ein Crew. So, du hast Crew-Punkte von fünf. Und damit haben die jetzt nur noch vier übrig. Das war halt nicht der falsche Marker. Das heißt, Hazard Marker. Genau. Hazard Marker kommt drauf. Hazard Marker kann alles möglich damit sein. Wie gesagt, aufgerissen Schiff-Rumpf, Strahlungs-Slack. Okay. Auch nicht welche giftigen Substanzen, die da mit reingeführt wurden. Okay. Ganz schön fies. Ja. Das sind böse Jungs. Also, ich habe denen nicht gesagt, die sollen es machen. Aber sie haben es gemacht. Kann ich das Schiff auch entern mit den zwei Schiffen? Ja. Ganz so. Ist das sinnvoll? Ja. Er hat eine Crew-Point von sechs. Das geht. Mit was gehe ich da rauf mit den Crew-Points? 11. 11. Achso, AP. Ja. Das ist nicht so günstig. Das heißt, ich habe nur sechs Würfel. Und er hat Ponto-Fans und AP zusammen. P5. Also, das heißt, der ist unbeschädigt. Was hat denn dieses große Schiff an AP und 12? Insgesamt zwölf Würfel entgegen. Wow. Ich habe sechs. Das würde ich dir nicht empfehlen. Genau. Solange sie ja noch mit voller Ponto-Fans und auch mit arbeiten kann, das ist unwahrscheinlich. Kann ich Torpedos nach hinten feuern? Torpedos kannst du in jede Richtung feuern. Bei dir ist es so. Bei dir ja. Die Terraner dürfen Torpedos wirklich in jede Richtung abfahren. Wir haben das alles zuweilen. Okay. Das heißt, ich habe... Du musst dich jetzt erstmal bewegen. Ja, ich muss mich erstmal bewegen. Also, ich habe ein Movement von sieben. Der eine darf sich eh nur noch die Hälfte bewegen. 4 Zoll. Ja, 4 Zoll. Genau. Ja, ich bewege mich glaube ich erstmal einfach noch. Ne, ich müsste mich ja ein bisschen ausrichten, damit ja meine Seitenbewaffnung... Was ich dir jetzt empfehlen würde, erstmal auf die Kreuzer zu gehen, feiertechnisch. Ja. Weil der Schlachtstück hat sich ja schon bewegt. Das ist diese Runde durch. Achso. Ja, okay. Aber die Kreuzer dürfen sich noch bewegen. So kannst du ihm noch ein bisschen... Also, ich dreh mich ein bisschen. Also, ich muss mich nicht mit einem Zoll bewegen. Genau. Aber der darf sich leider nicht mehr drehen. Dadurch, dass... Ja, der darf nur gerade ausführen. Das hast du festpackt durch nur zwei Zoll. Da hast du noch die Seitenbewaffnung drin. Ja. Der hat ja Steuerbord, Backbord auch eine Menge. Genau. Und der hat ja mindestens 4 Zoll? Ähm, er hat das durch den Triebtagsschaden... Ach, das hat jetzt auch komplett... Das hat jetzt auch nichts in den Reihen. Du kannst auch sozusagen da drüber legen... Achso, alles klar. Ja, das ist ja völlig überlassen. Ja? Genau. So. Und dann kannst du da einfach dann die erste Drehung mitmachen. Genau. Und das im Prinzip wird das schon reichen, dass du dann... Ja, schon was. Kompräten Fabriere-Bewaffnung auf einen von den Beinen abfeuern kannst. Und der Bredus ist bei Terrarna ja sowieso egal. Großer Vorteil der Terrarna, sie kann halt überall liegen. Die Terrarna und der Bredus. Dürfen nicht alle. Okay, dann, ja, die Hauptbewaffnung. Ich würde dieses Feuer wieder zusammenlegen. Ich würde ja auf das kaputte Schiff oder auf das einde Schiff gehen. Ich würde auch auf das kaputte nehmen, dass du da maserte Punkte machst. Ja, würde ich dir auch empfehlen. Zum Beispiel durch den Schaden... Du büßt ja durch den Schaden auf Waffenpunkte ein. Weil du hast schon ordentlich kassiert, das beginnt sich ja auch in den ganzen Wochen wieder. Okay. Und die Torpedos könnte ich ja dann gleich nochmal extra sagen. Kannst zum Beispiel auch sagen, Torpedos feiern auf den hier. Ja, genau. Okay. Das heißt, ich habe jetzt eine Bewaffnung von fünf Würfeln erstmal, ne? Ja, fünf Würfel normalerweise. Dein Hauptschiff hat aber schon Schaden kassiert. Genau. Dementsprechend ziehst du die Würfel direkt ab. Also zwei weniger. Und bei den anderen ist es nur noch zwei. Und dann habe ich aber noch eine Bewaffnung. Ach, das ist die Frontbewaffnung, ne? Die geht ja gut. Ja, die Front geht ja nicht. Okay, das heißt, ich habe jetzt nur fünf Würfel. Drei Würfel. Ne, vier Würfel sogar noch. Fünf von dem Haupt, da können nur zwei unter. Drei. Und der andere hat drei Schaden. Ja. Das ist wahrscheinlich gar nichts. Ja, dann die Torpedos hinterher. Ja. Das sind vier pro. Vier pro, genau. Du kannst entweder sagen, alle vier oder vier jeweils. Die Torpedos werden nicht einfach vom Schiff schaden? Nein, die Torpedos nicht. Es gibt große Waffensysteme, die werden als Primär und als Sekundär ausgelegt. Torpedos sind Sekundärwaffen. Die kommen halt immer erst nach den Primärwaffen und die werden durch den Schaden nicht berührt. Wenn ich zusammenlege, habe ich quasi sechs. Genau. Ansonsten eins sind jeweils vier. Genau. Hm. Ich würde beides zusammenlegen. Okay. Du hast nur noch einen Höhepunkt, worauf ich nimmst. Und die schaust du ganz gut, dass du ihn gehst. Ja, okay. Ja, da sind sechs Schaden dazwischen. Das ist gut. Vier. Fünf Schaden. Gut. Ja. Pointefensive ist bei dir schon relativ weit runter. Du hast drei, aber Minimumwert ist immer eins. Es sei denn, das System wird abgeschaltet durch irgendwas. Okay. Also du hast immer einen Pointefensive schon mal. Nein, vielleicht nicht. Aber deine Schilder hast du noch. Zwei Schilder. Genau. Einer. Schade. Einer. Es sind vier. Ne, es sind drei. Ne, es sind sechs mit dabei. Vier. Das heißt, du kriegst nochmal einen Schadenspunkt, wodurch das Schiff raus ist. Ja. Uh. Einmal einen Test machen, weil es halbiert oder halbe Flotte ist. Zwei bis sechs? Ja. Okay. Drei bis sechs. Drei bis sechs. Drei bis sechs. Ist das gut oder ist das schlecht? Für ihn ist es schlecht, dass er würfeln muss. Aber so wie er würfelt, ist es extrem gut. Ähm. Wenn ein... Ach, zwei, drei bis sechs ist gut. Wenn ein... In dem Fall ist es gut, du musst Erfolge sammeln beim Moralwerk. Ah, okay. Ähm. Sobald ein Schwadron auf die Hälfte reduziert ist, also in dem Fall an Schiffen. Ähm. Dann muss getestet werden, ob die Moral noch stabil ist. Okay. Und hätte er das jetzt nicht geschafft, wäre er das entfernt, oder? Nicht ganz, aber es kann zum Beispiel weniger gut arbeiten. Du müsstest zum Beispiel, ähm, du kannst noch die Hälfte bewegen. Ja. Und, ähm, wenn du schießen willst, musst du vorher nochmal einen Moraltest machen, ob du überhaupt schießen kannst. Ah, okay. Ja gut, dann ist der Kevin. Genau. Ja. Das ist, wenn ein kleines Schiff in ein großes reinspringt? Ähm. Auch nicht zerstört? Nein. Okay, dann weiß ich was zu machen, aber... Ich glaube, wir haben einen neuen Fender, könnte ja auch noch kommen. Ja, die sind nicht schlecht mit ihrem Sprung, also... Ja. Ich dachte erst so zwei, zwei als Hauptschiff. Äh, okay. Ja, was? Ach, ich hab die Leiter so bewegen lassen. Äh, sieben. Sieben, ne? Ne, dann hab ich vier. Vier. Aber du kannst halt direkt drehen. Ah, ich darf direkt drehen, ne? Genau. Weil die flexibel sind mit dem... Warte, am besten andersrum. Genau. Ne. Das ist ganz schön... Erfahrung. Ah, stimmt so. Ja, ja, ja. Und dann fliegst du ihn zum Beispiel so. Darf ich nochmal drehen? Genau. Dann spring ich einfach rüber, du hast keinen Asteroid im Weg. Weg. Dann kannst du nur mal fünf Würfel von mir geben. Aber klar doch. Kannst du auch meine haben. Ja, obwohl die sind auch nicht schlecht heute. Aber so weit sollte ich, glaub ich, nicht springen wollen. Ne, das ist... Ne, nein. Nein, nein. Also vierzehn wäre ideal. Ne, das ist ein bisschen weiter. Das sind... Ja. Das sind dreizehn, sechzehn. Ja. Sprich ich... Sprich ich hinter oder navor? Nein, äh, wird reduziert. Okay. Aber ich darf nicht berühren. Genau. Also Bill... Also ich hätte... Ich wollte natürlich noch ansagen, dass ich meine Energie transferiere. Auf die Frontwaffen. Ja. Natürlich. Ja, das wollte ich wirklich. Ich wusste nur nicht, wann die Bewegungsphase abgeschüttet wird. Ja, ja, ja. Dann hast du jetzt, um das Schlachtschiff anzugreifen, neun Würfel zur Verfügung. Du kannst sogar noch mit deiner Heckbewaffnung auf das andere Schiff mit drauf gehen. Und die Seiten können auf die Kleinen schießen, ne? Und die Seiten können sogar noch auf die Kleinen schießen. Ja. Ja, ja. Ich schieß es trotzdem auf das große erstmal mit neun. Ja. Und dann auf die Kleinen. Das sind schon mal drei Sechsen. Zwei Sechsen. Ne, nix. Bleib bei sieben. Zwei Schaden sind dritte voll. Ist ein einziger Schaden. Und du hast dann noch Schäle. Genau. Schäle, drei Stück. Ja, ja. Ab und ist die Schäle weg. Achso. Da schießt die Seite mit. Ja, genau. Und dann schauen wir, wie weit entfernt das sind. Misten wir bitte aus. Öffnen wir nach hinten. Öffnen wir auch die hier. Ja, elf Zoll. Das ist noch recht weit die Band zwei. Dann hast du noch sechs Schuss. Mhm. Öffnen wir nach hinten. Öffne ich Süßchen. Öffne ich Süßchen. Öffne ich Süßchen. Vom Winkel her wäre entweder das. Ich muss mal schauen von. Warte. Ist der. Ne, sind beide im Heck drin. Natürlich auf ihn. Mhm. Weil er schon drei Jahre Schadenpunkt hat. Ja. Okay. So. Vier. Heck. Nachöfeln. Fünf. Ja, das ist die kleinste Tische. Oh nein, ja doch nicht. Ja, das ist Heck. Achso. Gut. Alles Zoll. Tschüsschen. Oh. Oh. Ja, reicht. So, dann noch die Kleinen noch mit. Genau. Auch mit sechs, ne? Ja. Würdest du jetzt um einen schlechter treffen? Dann hätte dir die Sonne dann direkt der Wickel drauf getan. Ah, okay. Um einen schlechter? Um einen schlechter. Auf die fünf. Drei. 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 Drei Stück. Das sind aber nichts. Ne. Müsst du, wenn ich jetzt vier, dann passiert ja nichts. Ah, naja. Immerhin. Bin ich dran. Zum Club geschossen. Ich würde einfach mal mein gesamtes Feuer auf dieses Schiff legen wollen. Da muss ich vorher noch bewegen, deswegen ist das... Achso. Zwei Zoll mindestens, ne? Äh, nein. Die haben eine Geschwindigkeit von elf. Die Hälfte davon... Oh, okay. Ja. Sechs. Ich würde gerade rausnehmen. Bleiben. Ne. Ich drehe nicht. Also, ein Zoll bewegen, ne? Bei denen kannst du sogar direkt drehen. Ach, die können mich direkt drehen. Die sind klein, fies und gemein. Ja. So, also direkt drehen. Äh, ich dreh die erstmal an und dann bewege ich mich nach. Genau. Kannst du noch einmal. Ja. Äh, setz dich vorne an. So. 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 So, wenn ich heute noch ein bisschen weiterfliege. Wen alle bewegt haben. Bei uns krass diejenigen nicht rein. Ja, die, ich muss ja jetzt sowieso, ne? Mhm. Äh, jetzt muss ich ja noch fünf, 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 zwei Voren, ne? Sechs. Ne, ich hab mich ja ein Zoll gedreht. Achso. Du kannst dich drehen. Wie gesagt, wenn du möchtest. Aber zählt das als Zoll? Ja. Zählt das also als Einzell. Mal schauen, weil einige stehen jetzt durch den Meteoriten verdeckt Das heißt, von den beiden wird es auf jeden Fall Abzüge mitbekommen Der hier liegt noch im gleichen Feuerwinkel, das passt Aber die drei würde ich auch sagen Okay, wir haben also eine Bewaffnung von drei So, das erste Schiff kriegt quasi drei Genau, dann nehmen wir mal dieschen mit, damit es eine volle Feuerkraft mit hat Und auch drei Und ich lege das ja zusammen, das wird wieder reduziert Das heißt, wie viele Würfel kriege ich für die Schiffe dazu? Die haben jeweils drei, also reduziert durch die Hälfte, aber aufgerundet Das heißt, jedes Schiff von denen bringt zwei Würde also somit, ja, würdest du effektiv sechs Würfel zur Verfügung mit haben Die drei vom Hauptschiff, die bringen ja nur noch den halben Wert sozusagen dazu Und dementsprechend kriegst du dann deine sechs Würfel hier zusammen Insgesamt sechs Genau Okay Und auf dieses Schiff Das sind zwei Sechsen Schon gut Ja, zwei Sechsen reicht aber zumindest aus, um Schaden zu machen Du darfst deine Schilder erstmal anschweißen Ja, einer reicht Einer reicht, damit ist es nicht mehr genug, um Schaden zu machen Okay, dann die Torpedos hinterher Ja, du darfst noch die andere Seite da oben abholen Achso Es ist ja Steuerbord und Backbord, du hast zu beiden Seiten Bewaffnung Das heißt, ich habe auch nochmal, okay, da verdeckt natürlich Der kann gar nicht mehr schießen, weil der komplett raus ist Aber ja, je nachdem, wie du angehen willst Ich glaube, bei dem hier geht es sogar mit allen dreien Von der Reichweite her Achso, hat er eine Reichweite Das müsste eine Reichweite bei zwei drin sein Das sind 15 Zoll Reichweite zwei Ich glaube, der hier müsste auch noch mit drin sein Also Hauptschiff vier Würfel Und dann jeweils zwei dazu Dann jeweils zwei dazu, genau Das sind acht Würfel Das kommt ihr ganz gut zusammen Das sind zwei Sechsen und drei Treffer Noch eine Sechs Ja, das sieht gut aus So, neun Schalen Neun Schalen Du hast bei deinem allerdings nur einen Schildpunkt Dann legt man ein paar Sechsen hin Habe ich keinen Abwehrfall erst gegen Torpedos? Ach ja, Torpedos, genau Ne, das sind keine Torpedos Achso, es ist noch eine Toilette-Schuss Dann, äh, nein Dann geht er Ne, das war das andere Schiff Weil das hier war ja verdeckt Dann wieder mit zwei B6-Torpedos Und dann hat Kritis-Schicht ermelde Zehn So, dann Torpedos Die Torpedos auf den Großen Nehmen wir auch die Torpedos auf den Kleinen Da machst du nämlich Punkte mit Achso Wenn ich dir das raten darf Okay Dann hast du mich schon als erstes ausgeschaltet Und dann gehst du die erste B6-Torpedos Dann gehst du einen Punkt Weil du die Hälfte von dem Oskar gestaltet hast Ja, aber eventuell Wenn er sich jetzt darauf entscheidet Mit dem auch ins Nirvana zu blasen Dann brauchst du gar nicht mehr rüffeln Also Hauptschiff gibt drei Und jeweils zwei dazu, ne? Torpedos, sehe ich das richtig? Wir haben ja hier die höhere Feuer Denk du, Torpedos kannst du auch Durch den Asteroid, äh, durch den Planeten Achso, dann kann ich also Hauptschiff drei, zwei, zwei und nochmal zwei, ne? Drei Beine Ja, gut Die Regeln mit dem Aufrunden Macht das natürlich kleine Schiffe Alles wo unkratte Zahlen mit drin vorkommen Früher wurde es abgerundet Jetzt wird der neuen Edition Vier, sechs, acht, elf Elf Treffer Erstmal den Pointefensors Und dann noch die Das Schild hinten Oder? Ist richtig Neun Treffer Die vier zählt auch? Die vier zählt auch Ja, das ist das Schild Acht Treffer Ach, das sollte aber trotzdem Bei dem Kleinen noch reichen Und rauszuhalten So, ich bekomme jetzt also Für das erste Schiff Dieser Kreuzer-Klasse Kriege ich zwei Punkte Richtig? Genau, weil die Helbig-Schwadronen Ausgeschaltet wurde Ja Bekomme ich Zwei Punkte Für eine Kreuzer-Schwadronen Ja Wir rutschen also Zwei in den Positiven Bereich Dann hatte ich ja in der ersten Runde Schon einen von den Kleinen ausgeschaltet Das war keine halbe Das gibt mir keine Punkte Okay So, jetzt habe ich ja zwei weitere Schiffe Davon ausgeschaltet Und ich habe das ganze Schwadronen weggeschossen Wie viele Punkte gibt mir das? Das gibt dir erstmal Nochmal eine für die Hälfte der Schwadronen Ja Weil du es danach geschafft hast Die komplett auszuradieren Sag ich es einfach mal so Ja Bekommst du nochmal einen Punkt Das heißt, wir rutschen vier Punkte Okay Und beim Gegner Bei uns ist das Problem Dadurch, dass wir ein komplettes Schwadronen verloren haben Zieht man uns dafür auch Punkte ab Ah, okay Was heißt Und wenn ich irgendwann Am Ende dieser Leiste bin Was passiert dann? In der Fall sind es bei uns Zehn Punkte Oder weil du zehn Punkte erreicht hast Hast du das Spiel automatisch Ah, okay In diesem Augenblick Ach, andersrum Wenn ich zehn Punkte erreicht habe Auch gewonnen wahrscheinlich Beziehungsweise Wenn irgendeiner es dann Gerade bei mehreren Spielern Geschafft hat Auf minus zehn zu kommen Ja Die Kleinen habe ich dir geschenkt Ah Weil die Großen sind ja noch da So, da Kevin Die kleinen Kräuter Nicht mehr Oder die kleinen Was sind das? Die Jäger Die Fregatten Nicht mehr bewegen kann Weil sie ja ausgeschaltet sind Kann ich jetzt Mein dickes Schlachtschiff Bewegen Ich muss mindestens Eins Zoll, richtig? Drei Zoll Die Hälfte leider Achso, die Hälfte Oh, dreieinhalb Also vier Ja Okay Da sollte ich mich drehen Ich würde Ruhe jetzt mal Vier Zoll geradeaus Ja, vier Zoll geradeaus So kriegst du noch immer Alle Waffen rein Uah Ist das okay? Das ist okay Okay Es zählt die Base Achso, okay So, das heißt Du nimmst die Türme Halbiert Halbiert Aber ich glaube an dich Die Würfel ist gut Deswegen Ich glaube an dich Ich denke ich mal Würde das nichts ausmachen Na gut Das müsste ich schon dürfen Vieren Sechsten Aber wie viele Punkte Wann erreiche ich denn Küsselchen? Also küsselisch elf Elf Aber für normalen Schaden Rechnen über fünf Ne, ist so ähnlich Okay Die normalen Schaden Habe ich schon mal Ja Ja, sehr gut Treffer Der Kippel Gut Jetzt sind Sieben Sieben Schaden mit drin Du hast aber vier Schilde Bei den dicken Brocken Oha Sieben Was brauche ich mir Das ist zwei Erfolge Und gar keinen Schaden Ach jetzt Ich versuche nur drei Erfolge So Drei Erfolge Zwei Erfolge Darf ich noch einen Nachwürfeln Da Darf ich noch einen Nachwürfeln Gar keinen Schaden Okay Der Schaden komplett An den Schiff Dann vorbei Torpedos Sieben Das heißt Die Torpedos fliegen Kriege ich ja auch Den Abzug Durchsüben Nein Torpedos nicht Torpedos sind Zielsuchen Sozusagen Das heißt Sieben Würfel Oh 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 Da will das Es ist Oh Oh Dau Die Darfst du mich zu kümeln Natürlich So So, 2, 4, 6, nee, 12, 14, 17 Schaden. 17 Schaden, das ist eine ganze Menge. Erstmal kommt deine Point Defensive. 7 Würfel auf die 5. Das ist gut, ne? Das ist optimal. Super. Damit gehen schon mal 3 Würfel weg bei dir. Okay. Und jetzt kommt das 4 Schilde. Wie viel hat er noch? 12. 14. 14. 14. Das ist eine Menge. Einer. Ein Kret. Gut, das ist ein kritischer Treffer. Jetzt darfst du mit 2 wie 6 Würfeln, was bei ihm passiert. Doppel 1 wäre jetzt sehr schön. Doppel 1 wäre die Katastrophalie. Eine 8 ist Feuer. Verlierst noch einen Höhenpunkt. Ein Coupoint und ein Hadamaker. Hmm. Also es sind jetzt 2 Schaden. Schaut mal, welche wichtigen Systeme bei ihm getroffen wird, wodurch ein Feuer ausgebrochen ist. So. Das ist lustig, dass das primär der Schaden ist, der zufälligerweise immer die Aquarianer trifft. Das Feuer? Ja. Dann geht's auf dem Wasserschiff. Ja, zweite Runde durch. Reparaturphase. Genau. Jetzt geht's um die Reparaturphase. Das heißt, du wirfst jetzt erstmal gegen dein Feuer. 1, 2, 3. Genau. 1, 2 oder 3. Wichtig ist... 4, 5, 6. Genau. 4, 5 oder 6, dann ist es weg. Bei... Eine 1 kommt ein zweiter drauf. Das heißt, du verlierst einen weiteren Crewpoint und es kommt ein weiterer Hazard-Marker mit dazu. Ich habe noch eine Crew, ich habe die doch alle in das andere Schiff geschickt. Die Crew bleibt überall an Bord, du hast dein Offensivpersonal rüber geschickt. Ja, braucht man nicht. Jetzt lassst du das gleiche mitmachen. Erstmal den Antrieb. 1. Nein, bleibt. Ach, da passt ja nichts mehr. Ne, da bleibt er nicht. Den darf ich auch. Den darfst du auch, aber auch da eine 1 sorgt dafür, dass du nochmal zusätzlich... Nein, aber es repariert. Dann ist er raus. Ne, bleibt er. Achso, da wird es eben noch gemacht haben. Das kommt. Gut, jetzt kannst du noch hier versuchen, dein Verteidigungsnetzwerk wieder abzuholen. Ja, ist auch. Ja, dann fange ich doch mal mit dem Kleinen an, der bewegt sich nur eine halbe. Und legt seine Feuertraft auf die Seite. Genau. Dass du dann dein Schlagschiff in den Heck feuern kannst. Du kannst immer deine... Du kannst noch deine Heckbewaffnung sozusagen auf das halblang gelegte Schiff machen. Ja. Mauer. Mauer. So, jetzt mal hier. Guter Urf. Ja, sehr gut. Ne, so nicht. Ich glaube, da braucht er nur irgendwo die Verteidigung noch. Und dann noch das andere. Gut, dann noch das andere. Wie weit bist du von denen entfernt von denen? Das ist ein bisschen wie viel Distanz zu denen ist. Das müssen die sechs Blöcke sein. 14 Zoll. So, das sieht besser aus. Das hätte ich nicht vorher besser gewesen. Das sind vier, zehn. Ach, Entschuldigung. Acht Stücke. Auf den, ja, ja. Das ist ein kritischer auf jeden Fall. Ja, jetzt noch kritischer. Aber du hast noch deine Schilde. Schilde. Nein. Sieben. Sieben. Ist immer noch ein kritischer. Ist immer noch ein kritischer. Zwei Werte prüftet er so oder so raus. Aber es kann natürlich sein, dass das nicht so gut geht. Also das Schiff ist raus, ja? Jetzt kriegen wir auch unsere ersten Punkte. Schwadronen zur Hälfte, Kreuzer, Schwadronen zur Hälfte und raus. Also wir kriegen einen als 2 und der kriegt einen abgezogen. Nein, noch nicht. Achso. Erst wenn es ausgeschaltet ist. Aber ich habe das Konkrette. Okay. Ich darf auf einen Moraltest, weil wir haben die Hälfte der Schwadronen von raus. Ah, okay. Was muss ich werfen? Drei Werte. Und du brauchst zwei Erfolge. Achso, zwei Erfolge. Das ist relativ einfach geil. Ja. Das Spiel. Torpedos? Ne, haben wir nicht. Ich darf sowas. Du darfst. Achso. So was nicht. Das ist ja ärgerlich. Ja, ich wähle mein großes Schiff und schieße auf den großen. Du musst dich erst bewegen. Aber du musst dich erst bewegen. Oh. Und da ist dein Weg im Moment recht blockiert. Du kannst es natürlich versuchen, damit durchzukommen. Aber du wirst wahrscheinlich entweder an einem der Objekte vorbeischrammen oder nicht absetzen können. Was passiert denn, wenn ich ein Asteroid kreuze? Du machst einen sogenannten Manövertest. Ja. Dann würfelst du mit einem Weg, ob du triffst, solltest du treffen, was bei dem großen Schiff relativ einfach mit ist, dann kriegst du eine Anzahl Würfel entgegen. Das heißt, du musst mich ein Zoll mindestens bewegen, um mich zu drehen? Zwei Zoll. Zwei Zoll. Okay. Das geht gar nicht, ne? Ne. Das heißt, ich müsste mich irgendwo... Oh, ne, ich krieg das ja gar nicht hin. Ne, dann solltest du erst die kleinen mit aktivieren und zur Seite, weil du ja nicht damit auch immer die Kugel in die Fregatten nehmen. Die können noch auf zusammen, denke ich mal, auch ganz gut auszahlen. Okay. Dass du am anderen Boden fliegst mit den kleinen in der Mitte, das sind ja schnell genug. Ich kann ja auch ausmissen, ne? Genau. Ja, klar. Aber ich könnte mich ja auch theoretisch hier hinstellen, weil die Feuerreichweite von 20 Zoll ist ja immer noch perfekt. Ist richtig. Wir laufen. Also ich will nur mal kurz gucken. Also 7 Zoll. Oder dürftest du mit der Kugel etwas Kugeln bekriegen? Achso. Okay. Hast du ja die 45 Grad Kugeln. Na gut, dann bewege ich erst die kleinen. Ja. 11 Zoll. Das ist eine Menge, das brauche ich ja nicht. Achso, du kannst hier das Schreiber machen, ne? Mhm. Der fliegt durch ein Asteroid. Fliegt der durch? Dann fliegt der durch. Dann dürftest du einfach mal vorführen, ob was passiert. Okay, ich mach das einfach mal. Auf die 3 Plus kriegst du keinen. 5. Alles cool, ja? Also man ist dran vorbei manövriert, wenn es nichts passiert. Achso, die großen Kugeln dann schon früher. Bei den mittleren Schiffen wäre es dann auf die 4 nichts und bei den großen Schiffen auf die 5 nichts. Das heißt, du musst 5 oder 6 Würfel, damit du daran vorbeikommst. Also 9 Zoll. Ich würde dir auch raten, von der Geschwindigkeit, nehmt den kleinen noch ein kleines Stück weiter, dass er nicht durch den Asteroiden noch mit blockiert. Achso. Weil er blockiert ja seine Sichtlinie. Ja, durch die Asteroiden, ja. Die Asteroiden sollen halt ein Feld sozusagen darstellen. So, der steht jetzt aber in der niedrigen Feuerreichweite. Das heißt, ja okay, ich will erstmal meinen Hauptschiff mit dem Schiffen wahrscheinlich, ne? Ja, dann würde ich natürlich das nehmen, weil das gibt mir 4 Würfel. Genau, dann nimmst du die 4. Die anderen beiden werden hier wahrscheinlich auch jeweils 4, also dann 2 Würfel. Und das andere ist halt in der kleinen. Das hat dann nur noch 3, aber durch die Aufgerüstung wird es auch noch 2. Das würde für Schaden reichen, aber du hast noch Schäden. Ja, gut. Das ist saftgewährt, ja? Echt. Okay, dann Torpedos. 2 und jeweils 1 dazu, ne? Ja, genau. Okay. Ich muss mal für die 6e noch bleiben. Na, der kippelt. Ja, also 4 oder 5. Äh, 4, 7. Das heißt, erstmal deine Pointe-Flässer, die ist jetzt von 7 auf 5 reduziert, genau. 5 ist mein Trumpf. Ja. Da hat er 6 dabei. Ich gehe das noch nachzütteln. Ja, gut. 2. 2 schon mal runter. Dann ist immer noch ein bisschen. Jetzt kommen deine 4 Schäden noch hinterher. Ja. Ja. Oder da reicht auch so. So, dann geht es nicht. Schade. Ich habe mal gelesen, was wäre, wenn, sag mal, Sascha das nicht geschafft hätte, was er für einen Kollisionsschaden bekommen würde. Er hätte 1W6 plus 4 Treffer bekommen. Oh, okay. Aber wenn ich so auf das Hauptschiff schieße, dann wird sich meine Wüfflein zeigen. Wenn ich durchspringe, kann ich ihm volle Breitein geben. Das kann klappen, ja, natürlich. Das ist natürlich auch eine Idee. Aber dann würde ich dir raten, leicht vorher zu drehen, dass du nämlich deinen Schusswinkel nicht nur gerade mit hast, sondern dass du in die Richtung springst, dass du deinen Schusswinkel in beide Richtungen mitbruchst. Ja, aber ich glaube, du hast recht, ich springe nicht. Ich versuche mal nicht zu drehen, wo ist denn der da? Genau. Dadurch, dass deine sehr manövrierfähig sind, kannst du ja sofort die 45 Grad Drehung einsetzen. Ja. Dann müsste ich mal hier verschieben. Dann müsste mir die Base. So. So. Ich kann auch so oft drehen, wie ich will, waren bei denen, ne? Du hast bewegen zwei, also darfst du zweimal drehen. So. Jetzt hast du aber gecheatet. Und ich habe das nicht gesehen, Mann. Ja, ja. Wo sind denn die Striche hier? Du riechst ja, du riechst ja, du riechst ja. Boah, hier, der schiebt ja die ganze Zeit. Entschuldigung. So. Du riechst ja sogar etwas weniger Drehung, dass du sozusagen den Mittelpilch... Aber man muss nicht komplett hier. Du musst nicht komplett. Du kannst auch ein bisschen weniger mitnehmen. Das ist ja aber kein Schieten. Na gut. Dass du ein Stück zurück einfach nur mitnimmst, dass du mit den einen Balken hier hin noch fallen kannst. Ja. Und mit dem anderen dann auf ihn mit setzt. Kann ich mit dem vorderen nicht auch noch auf ihn schießen? Mit der vorderen Bewaffnung? So hast du es ja dann effektiv. Ja. Der ist unten ziemlich mit Spitzen. Genau, richtig. Ich würde mit drei Waffensysteme rankaufen, so wie ich es jetzt sage. Nicht mit drei Waffensysteme, du kannst immer mit zwei Waffensysteme mitarbeiten. Dazu müsstest du schon weiter drin sein, damit du es vielleicht auch drei noch kriegen würdest. Aber so könntest du zum Beispiel noch versuchen, den mit anzugehen und deine Hauberwaffen auf das rosa. Aber es sieht so aus, dass du das Schlachtschiff nur durch das Meteoritenfeld erreichst. Ja. Also sprich, die Würfe werden nochmal reduziert. Ich sehe da kein Problem mit dem Schlachtschiff, weil er schießt dann, wenn er nach vorne geht, eh durch hier. Durch das Schubhaus drin fällt, also schieße ich auf ihn und auf die. Okay, das kannst du machen. Den Kreuzer und Fregatte? Genau. Gut. Dann nehme ich doch den großen. Was habe ich denn? Ich darf ja ausmessen. Ich kann ja gucken, wenn es fehlste Würfel sind, dann treffe ich ja nur mit sieben auf den Kreuzer. Das ist über acht. Also wenn es bei fehlsten Würfeln minus zwei, die ich ja schon habe, dann schieße ich auf die anderen Flotten. Auf die kleinen? Ja. Also der große Kreuzer ist auch. Wie war das denn weg? Ein bisschen über acht, ne? Ein bisschen über acht, ja. Also bin ich bei 14 minus zwei, zwölf Würfel. Oh, das könnte reißen, um den auszutauschen. Also schießt du doch auf den hier ab. Ja. Okay. Also vier normaler und sechs kritischer. Das sind sechs. Also kritischer. Ein schöner. Ein schöner. Oh. Sehr schön. Damit haben wir schon noch einen, bitte. Ja. Das war's. Gut. Dann nochmal zehn auf den kleinen. Äh, zwölf. 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 Den trifft du aber nur auf die fünf. Ja gut, hier sind die sechsten, die du vielleicht hast gebrauchen können. Was sieht denn bei den kleinen? Ich glaube, der ist weg. Also die haben vier und fünf. Drei Würfel nach Würfeln. Du darfst schon mal den Schild anschmeißen und viele, viele Sechsten in Folge würfeln. Warte. Schon mal die erste? Ist gut? Nein. Zwei weg. Okay, dann bist du ja jedenfalls schon unter den kritischen. Ähm, zum Weg. Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Ja. Kritisch war wie viel? Fünf. Fünf. Okay, dann darfst du sogar zweimal mit. Auf welches Schiff hast du geschossen? So, du. Genau. Das ist also raus. Das ist also zweimal mit zwei Wesse zwölfeln, ob da vielleicht die Hülle hoch geht. Ja, weil eine Doppel-Eins wäre, weiß ich nicht. Ja, Doppel-Eins wäre. Ja, Doppel-Eins wäre. Ja, Doppel-Eins wäre ganz knapp vorbei. Ja, das bringt nichts. Nein, die Doppel-Eins muss die schon sein. Nee. Nee. Ja, das ist noch raus. Was ist mir nicht an der Probe noch? Hier ist die Probe, ja. Äh, wie vorhin? An dem vorbei sozusagen, dass du noch ein Zoll zurücksetzt. Ach so. Und dann, du musst jetzt sozusagen, du musst zwei Zoll für dann kommen, das wäre also kein Problem. Ja, also so bleibst stehen, ne? Ja, dann ist das auf jeden Fall 15 Zoll, ideal Reichweite. Genau, du bist ja für dich da dran, das ist die Traumreichweite. So, wir haben aber wieder Asteroiden da drin, das heißt, du schiebst sie wieder mit der Hälfte. Das waren... Keine Ahnung. Du hattest 16 Würfel, das heißt, es müssen jetzt auch nur 8 sein. Ja. So, das kann dann nur so ein Thema, möglichst viele Sechsen. Ja. Ja, 2. 4, 1, 8. Ja, das ist schon mal eine Menge. Jetzt ist ein Weckschuss, also die 4 Schülle. 1, das ist ein Schaden. Gut, jetzt ist noch 3. Passiert ja nichts weiter. Wie viele hat der? Äh, er hat jetzt noch 5. Noch 5, ok. Torpedos. Ne, 6 hat er noch. 6 hat er noch, ist da. Ok. 4, 6, 7 Torpedos. Ach so, wird es wieder halbiert, ne? Man, diesen. Ach so, das geht jetzt wieder rum. Oh, schau, diesmal ist es nicht das so. 3, 3, 3, 4. Das geht. Das gucke ich durch die Panzerung durch. Schade. Äh, ja. Einen hab ich noch, ne? Jetzt hast du noch den kleinen, genau. Den dreh ich erstmal. Es muss 3, 2, vorher. Und dann darf er wegziehen. Oh, das wird aber schwer. Das geht aber. Du kannst sozusagen drüber hinwegziehen. Das geht. Ah, ok. Also so. Ich darf nur nicht stehen bleiben wahrscheinlich, oder? Genau. Das hat die Bewegung darauf nicht enden lassen, sozusagen. Du darfst einmal drehen mit drin, ne? Er darf sich pro 1 Zoll einmal drehen. Ah, dann würde ich halt, das ist immer ein Zoll, ne? Genau. Dann bewege ich mich so, und dann dreh ich mich nochmal. 3, 9. Also klassisches Umkreisungsmanuele. Ja, so bleib ich auch stehen. 12 Zoll. Das ist 16, also, ja klar, das ist die... Ideale Reichweite auf jeden Fall. Keine aus der Urin dazwischen. Genau. Du kannst eigentlich schon mal 3 abgezogen, wenn du 3 schaden hast. Das heißt, es wäre für die Seitenmitwaffnung nur noch 4 Würfel. Aber da du jetzt 4, 6 Würfel würdest, glaube ich daran, dass wir es kosten. Naja. Naja, die Hälfte ist schon mal geklappt. Oh, ich hab's schon gesehen. Ich hab's schon gesehen. Es sind 6 Nade, 2, 4, 6. und torpedos hinterher bei wem hast du die würfel herstellen lassen? 46 das war meine frage für nach dem spiel dann lass mich aber auch welche bestellen jetzt hast du erst mal deine freute Felschrift du hast noch 3 das ist schon mal gut 3 gehen runter, damit reicht es schon dann machst du keinen Schaden du hast bei einem Schrotzreifenkreuzer einen Schlachtschiff angekratzt das ist wahr, du bist eingestellt dann möchte ich gerne versuchen zu reparieren wir sind durch, ne? ja, ihr seid durch, jetzt kennen wir die Reparatur der ist weg, aber du hast den zweiten Lauswürfel auch auch, sehr gut ich richte ja nicht zumindest noch mehr so, dann dazu Andi, du hast nichts zu reparieren ne, Runde 4 Runde 4 so, Runde 4, Initiative jetzt willst du es wissen ok, ja wir haben andere dürfen anfangen ich würde mich jetzt glaube ich mit dem Kreuzer bewegen wollen um ein besseres Schussbild zu äh ich frage jetzt, ob du an den kleinen vorbeikommst ich muss mich mindestens 2 Zoll bewegen ja, um mich zu drehen bei dem Schlachtschiff ja bei dem Schlachtschiff musst du dich mindestens 2 Zoll bewegen einmal zu drehen du musst glaube ich mindestens 4 Zoll fliegen kann ich das, also kann ich das vorher ausmessen? ja und wenn es jetzt nicht passen sollte kann ich es zurücknehmen ok also mindestens 2 Zoll dann drehe ich mich dann drehe ich mich perfekt jetzt kann ich wieder 2 Zoll oder 1 Zoll? 2 Zoll 2 Zoll das wird knapp, ne? damit wäre es damit wäre es jetzt könnte ich mich jetzt damit wäre es achso ja hatten wir zwar sehr laut das Dutsch du hättest es quasi jetzt dein kapitalisches Schiff zerstellen ok, genau das heißt ich bleibe hier stehen genau du könntest jetzt ähm wie viel musst du denn fliegen? mal gucken 7, das heißt 4 Zoll müsstest du fliegen du könntest jetzt zum Beispiel drehen und nach vorne und dann sagen ich schalte die Triebwerke ab dann brauchen wir sich die nächste Runde nicht mehr zu bewegen achso das sind sie sogenannte das sind sie Fullstopp aber ist er nicht gerade nach der zweiten Drehung schon angeschlagen und verlebt? ne, aber nachdem er es ausgeführt hat das heißt er würde jetzt so kurz auf der Drehung ne, aber wenn er 4 Zoll muss und sich einmal dreht dann kommt er noch darum 4 Zoll wäre er sich besser fliegt in die andere Richtung? ja, wäre dann voll 2 Zoll nach vorne, eine Drehung und dann 1 Zoll mit dem 1 Zoll ist er dagegen geflogen ja das Problem ist ja, kommt dann im nächste Runde dann nicht mehr rum ne, wenn er jetzt auf Fullstopp macht, der ist ja hier 4 Zoll bewegt ne? dann bewegt er sich nicht so nicht mehr genau dann hat er jetzt jetzt so stehen wie er ist dann mach ich mal full ich kräfte dich aber einen besser, wenn du stehst ja, ich höre dich ja jetzt aus siehst du da immer noch durch den Astroiden? ja, ich glaub schon ach ja ja, das kann ich leben ja gut, komm 8 Würfel dann kommen ja noch die Torpedes hinterher genau die Würfel sind jetzt aber warm das sieht man ja einmal richtig ja, obwohl naja ne 3 das heißt doch nichts also ich geil das sind 6 Treffer 7 Treffer 7 Schilde? ja ja so wenigstens 3 machen ne? ja ja 3 ok aber ich hätte ja einen nachprüfen können aber es ist ja eh ok, das sind 7 das sind schon mal 3 das sind schon mal 5 das sind schon mal Schaden oh, das sind schon mal 7 7 7 Abwehrfrei ist noch 3 3 auf die 5 ja ja 2 raus 2 raus und immer noch 5 und noch 5 ja 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 jetzt jetzt bin ich dran den großen brauche ich nicht dann aktiviere ich den äh den mittleren brauche ich nicht dann aktiviere ich den dicken erst mhm drehe mich noch mal 2 mal Schwung ne ne so warte mal wie habe ich denn jetzt 2 Systeme drin ja ich muss ja erstmal so so muss bei dem eigentlich vorne oder bei dem hinten das ist die große Herausforderung jede Runde neu dann drehe ich mich nochmal so dann habe ich auf jeden Fall 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 5 5 5 6 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 7 7 7 8 8 8 8 9 9 6 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 7 7 7 9 7 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Die vier zählen leider nicht, weil sie die kleinen des Schiffes ist. Das wäre ein guter Wurf gegen alles andere gewesen, aber die kleinen leider nicht. Das ist leider immer noch so, die kleinen. Die ist alle so. Genau, perfekt. Das ist am Anfang sehr verwirklich. Bei irgendeinem Spiel war das schon mal, bei Broadside war das. Das waren auch solche Schablonen. Mit Vistopio Moos haben sie die selbe Wege. Stimmt, ja. Aber da sind die Schablonen cooler aus. Wie viel muss er jetzt noch? Fünf Zoll, ne? Muss nicht. Er kann auch Stopp sagen? Warte, warte mal, ich hab elf. Du musst elf Frauen eingeladen, du musst noch fünf. Genau, das passt schon. Jetzt könnte er, wenn er will, Stopp sagen. Also nach der Pflichtbewegung kann er Stopp sagen? Genau, das zählt dann einfach die nächste Runde. Genau. Weil das Problem ist, du aktivierst dann den Striegwerk erst nach deiner Belegung sozusagen. Das heißt, die nächste Runde bist du definitiv stationär. Ne, ich möchte aber nicht stoppen. Das wäre auch nicht gut. Ne. Okay. So, wir haben eine Reichweite von elf. Ich auch sagen, elf Zoll. Sollte auch wieder Kern sein. Also Hauptschiff vier und die anderen zwei. Ja. Ja. Das ist nicht verkehrt. Der kippet hier. Klingt wirklich neu. Aua. Neu. Das ist der Normalbeschuss, ne? Das ist der Normalbeschuss. Neu. Neu. Das ist ein kritischer, glaube ich. Ja. Kritischer. Da wird es ja jetzt auf sechs hoch. Ja, ich gebe euch mal hier ein zweier nachher drauf. Neun. Ja, das ist auch die Hälfte bei einer. Und noch mal ein Kupond. Ich mach nochmal ein Kupond raus. Wie lange hat es zusammen vier verloren? Ja. Ja. Jetzt ist es dann sechs verloren. Und eher sechs verloren. Ja. So. Vier Kupond hinterher. Ja. Das sind nochmal vier. Reicht nicht? Ja. Reicht nicht? Reicht nicht? Reicht nicht? Und? Ihr kriegt Punkte, weil ein halbes Schachtschiff zischelt hat. Ah. Wir kriegen Punkte, die Hälfte der Handpunkte war nie. Wie glaubst du es dafür nochmal? Ähm. Was weiß ich jetzt da raus? Oh ja. Da müssen wir kurz gucken. Also kannst du mir den mal zweimal drehen, bitte? Oder einmal drehen? Einmal drehen? Ja. Ne, das vorne war in die Richtung. Guckt. Hä? Also er guckt in die Richtung. Ach so. Das heißt, er fliegt nach hier. Ja, genau. Oder müsste ich jetzt mit Front? Ne. Front geht nach vorne. Ich sehe nur Seite. Dann drehst du mich bitte noch einmal. Ich arbeite mit deinen Schiffen. Ich bin nur wegen dem Fliegen hier. Genau. Dann sehe ich mit Front sein Heck und der Rest, die Seite kann da. Genau. Ich war produziert durch Erste Rieden, aber zumindest seinen Schlachtschiff. Ich möchte auch gerne die Energie transferieren. Ich weiß das 11, Front. Dann habe ich 10 Würfel vorne. 10 Würfel vorne, genau. Das können wir aber nicht, ne? Diese Energie. Das ist so eine Spezialregel. Genau. 10 Würfel. Auf die 3, ne? Weil der steht. 2 W6. Jetzt will das wissen. Es sind 6, 8, 10, 12, 13. Das ist deine Schilderwagenlauf. 10. 2w6 schauen wir was da passiert 6 auf die kompression das hier vorher haben wir so wieder beschädigt und ein hazardmärker spricht die hülle reißt weiter auf und insgesamt drei schauen wir hier ja und dann die seiten gelaufen das sind dann wie weit ist das ist immer 24 ne zum 16 glaube ich ungefähr ziemlich genau 16 bis dann habe ich acht würfel minus 2 für energie sind sechs minus die hälfte wegen das ring drei drei schaden reicht noch nicht aber nix so reparieren das heißt ein schadenspunkt noch mal drauf so weiter dass auch nicht schadenspunkt aber genau der es geht auf 2 und weiterer hazardmarker drauf auf den er hat eine 3 gewürfelt das heißt er kriegt kein weiteres kurverlust kurverlust kriegst du nur wenn du eine 1 würfelst hätten wir das auch geklärt er hat sogar er kriegt einen weiteren schaden schaden nicht aber ein kruchwort genau ja dann wäre jetzt runde fünf neun ja dann will ich mich mal ne ich glaube ich stehe nicht mal ein minimum von 2 1 zoll sind weiter ins heck geradeaus ja genau sind leider jetzt ich transferiere aber wieder bin dann bei neun würfel und die seite kriegt dann wieder drei ach so auch die drei auf der sechsen da bin ich bei vier sechs acht zehn schilde auch gut vier das hast du gemacht sechs durch sechs kommen durch und schlachtschiff hat sechs und schauen ja aber es reicht noch nicht der rote war schaden der rote war schaden wie viele hüllen punkte habe ich denn eigentlich das ließen hat eine ganze menge acht stück und dann habe ich das hier auch noch mal zwei punkte und dann noch auf die drei würfel auf den teilen das vordere natürlich nix kommen wir nicht dran ich möchte gerne erst mit den schichten erschießen die sind eigentlich irgendwie ganz cool darf ich dir empfehlen zuerst mit dem schlachtschiff zu schießen weil denn wenn er sich nämlich jetzt bewegt kriegst du erst du ihn nicht mehr in der feuerreichweite für die seitenwaffen mit seinem schlachtschiff du hast jetzt noch hier soweit die richtung wenn er jetzt aber in die richtung abhaut dann kann er dir nur noch ins weg fallen und du hast keine schussfahrer außer die türme ich habe doch nur zwei zolle bewegungsreichweite das schaffe ich ja nicht außer du springst ja okay wie viel schaden wie viel schaden verträgt das schiff neun neun genau er ist jetzt schon bei sechs runter das ist noch ein stück ja mach ich jetzt ich feuer trotzdem erst mit den kleinen okay bewegen das heißt du musst aber erstmal bewegen achso äh 11 achso jetzt bietet sich sogar für dich an zu überlegen ob du enterst denn er hat vier crew points verloren er hat nur zwei zwei das abwehrfeuer ist durch den hohen schaden den das schiff mit hat nicht mehr ganz so stark ähm die haben halt nicht so wirklich viel crew ne achso die haben nur eine crew point okay das ist glaube ich nicht so dann ist feuer deutlich besser ich wusste ähm wir hatten die frage vorhin wo ist denn das bei den runden dingern das heck ja weil ich weiß ja nicht ob er jetzt kritischer machen kann oder ja auch kriegen wir das kann er tatsächlich ja ähm ist zwar ja das ist da fehlt zwar noch etwas vom regel her ich bin doch nicht ganz da so schön beachtet worden weil tatsächlich so wäre er jetzt im Heck ne die drehen sich ja quasi so und dann noch fünf ne ich habe mich schon vier bis vier habe ich schon bewegt ich bewege mich jetzt einfach nur noch zwei dann schauen wir dann doch alle in der gleichen Reichweiten wenn wir noch mal drin sind das sind 15 das sind elf ne und neun die haben ja doch der ist der ist der ist ein kleiner achso Hauptschiff nicht vier und dann jeweils zwei dazu äh schade gehts das ist blöd ich glaube nicht dass er ein Heck ist weil ich habe mich glaube ich vorhin zweimal so bewegt das an der Seite aber mit vier schaffe ich wahrscheinlich nichts nein ich habe mich vorhin zweimal so bewegt hatte war ich jetzt wieder in die Richtung unterwegs ich muss mindestens wie weit springen um aus den ersten Regeln rauszukommen ja neun ja neun ja das reicht 15 hier hier und ich sogar mit beiden Systeme glaube ich dran dann muss ich aber für eins in dem Fall entscheiden du kannst sich mit beiden Systeme auf das gleiche Ziel verhalten natürlich nur mit einem System auf das eine Schrift der erstes Jahr ja das wären dann minus 6 ne 10 minus 6 4 4 ne noch aber auch die 3 Entschuldigung 4 reicht noch nicht nein nix egal jetzt kannst du glaube ich sogar gegen Feuer geben ja das ist ja nämlich auch etwas jetzt ist er aus dem Meteoritenhaus das ist richtig so ich bin natürlich in niedriger Feuerrate ne ja leider das sind 6 Zoll das heißt du nimmst den Turm hast dann 4 2 bekommst du einer 2 abgezogen 4 durch deinen Schaden eher 2 weil er auf den Schaden also die Türme sind aber 8 das heißt ähm ja genau du kriegst durch den Schaden den du hast noch 2 abgezogen weil du Waffenschild hast bekommst du halt nur die Hälfte von dem Schaden abgezogen also 6 also 6 genau und dann hast du noch die Seitenbewaffnung das wäre in dem Fall das ist die hier ne ne das ist doch Steuerbauschpack ach da hier füllen dann 3 mhm und halbiert halt halt das zusammenschließt wieder wären es noch 2 mal nicht ne sehe ich das richtig? glaube ich jetzt falsch also einer weg also 8 Schaden also 8 Schaden der weg oh nö naja gut so schlecht ist es jetzt nicht 6 nein dann nix 6 reicht für ein Schaden also das schafft er ja diese schafft er die Schilder sind auch leuchtend Torpedos die 4 5 5 6 ok erstmal Pointe wir wollen noch einer sein genau schafft er das trotzdem reicht sogar schon reicht schon schade jetzt ist es noch ein bisschen schade das Schiff darf noch das Schiff darf noch das hat schon ach das hat schon ja die Runde wird zu Ende die Runde wird zu Ende auch den anderen auch den anderen ne dich kann beide ne das beide ja nein du kriegst aber noch 2 Crewpoints abgezogen weil du brennst weiter ok wie ich für die Linde bei dir wird es langsam kritisch du hast Crewpoints von 6 du hast nur noch einen übrig ja aber das ist ja jetzt eh die letzte Runde genau gut dann machen wir eine Initiative ganz schnell ja 10 9 ja voll 10 ok wunderbar sehr glücklich ja das große Stück wieder das waren 8 Stück das waren 8 Stück hier ist aber eine 6 dabei 6 Wunser aber wirklich noch nicht mehr muss reichen auf die Schade 7 Torpedos 4 6 7 ah keine 6 mehr drin 4 das reicht nicht 4 das hast du ja ich muss mich zweitens mal bewegen ne dann bin ich leider nur noch in kurz aber ich lege zusammen dann bin ich bei 9 Würfeln 8 auf die 3 ok weil du stehst ja ne war nicht so gut eine 6 ne es sind nur 7 äh 6 6 6 Erfolge reicht für mich für eine Schade ich stelle sie nach oben ja warte warte ich werfe sie noch nach ja ah das sind glaube ich 3 wieder nur halbiert durch die ja 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 eine 6 4 Treffer 4 Treffer 4 Treffer würde für einen Schein reichen ja 1 Erfolge an der Schütte reicht nein ok ein Schadenspunkt auf welches Schiff hast du geschossen? das ist vorderlich natürlich ja dann darfst du jetzt deine kleinen dann legen die kannst du ja auch so direkt im 90 Grad drehen ich kann direkt drehen genau die dürfen das automatisch immer noch jedes mal ja mal ein bisschen mal ein bisschen so ah dann kannst du nämlich direkt dann schon so Carlos weiter fliegen raus von ne das nicht ach so Leute sie stehen ja eh ziemlich gleich ne jetzt kann ich eigentlich noch drehen ja genau das ist jetzt wirklich 2 Zoll reken kannst du jetzt noch 9 Zoll fliegen oder ja ist gar nicht mal so verkehrt im Hanne alles hast du jeden Fall versuchen vorbeizuziehen nicht ganz nicht ganz aber ja man schießt auf das kleine ne oder auf das große wie schießt du den großen das große ist 20 Zoll das ist kernschussreich besser ja ja du hast zwar was abgezogen für die Astroiden aber warum nicht 4 fürs Hauptgeschoss der hintere kam sogar direkt vor der hat keinen Abzug der hier der hintere ja weil der hintere zieht der hintere kann wenn das Schlachtschiff ach so du willst den Kreuzer den großen aber Jens denkt dann es fällt bitte das sind Astroiden fällt und nicht einziger Astroiden ach so ok ja also das erste Schiff kriegt 4 2 2 und das halbiert sich durch den Meteoriden ne so und noch einen weg wegen dem Schaden den es das Alter hat genau das ist ja nicht so viel und das reicht reicht Stefan ist ja auch sehr optimistisch 2 2 Schadreichs getrunken Turpedos die könnte schon mehr weichen äh sogar 3 aufrunden ja das sieht schon besser aus ja für 6 sind 5 bis jetzt 5 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 6 6 5 6 7 9 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 11 13 10 10 11 12 ja 1 es wird ja jetzt die letzte reguläre runde vorbei drauf lassen, weil du die Einzige hast, guck ja einer nach. Zweimal Crew, wir gehen nochmal hops. Das heißt, du hast jetzt sechs Crew-Schaden. Ja. Wie viel hat der? Sechs. Und ohne Crew ist auch zerstört, oder? Nee, nicht zerstört, aber jetzt muss er für jede Aktion würfeln, ob sie durchgezogen sind. Achso, ja gut, das ist ja jetzt eh... Und du darfst noch... Nee, brauchst du nicht. Wir haben den anderen, der ist gehalten. Bei mir einer aus, der zweite ist auch aus. Auch aus, okay. Ja, unser erstes Spiel Firestorm war normaler Käppen jetzt hier gefallen. War ein schönes Spiel. Ja, ich fand es auch nicht schlecht. Also ich hab's ja damals auch in einem Club wie du auch gesehen und hab auch nur ein-, zweimal zugeguckt und ich fand's auch gut. Also, man hat eine Menge Sachen drin, die man beachten muss. Man hat eine Menge Zeug, was man auch machen kann. Mit den Reparaturen finde ich cool, dass man gerade bei den großen Schiffen Schaden bekommen kann. Ich find's cool. Ja, inwiefern man das weiterverfolgt, ist natürlich schwierig. Das hängt natürlich auch immer von unserer Spielgruppe ab. Wir haben auch schon so viele Systeme, wir haben schon so viele Baustellen. Aber es wär tatsächlich ein System, was mich interessiert. Das glaub ich jetzt nicht so viel, das man braucht. Genau, es reicht ja nur eine Flotte und dann... Na gut. Also mit einem Starter-Set kann man schon sehr viel mitspielen, zumal man auch sämtliche Modelle von denen auch, wenn man's doch erweitern möchte, noch gebrauchen kann. Okay. Also es ist keine Codex gleiche sozusagen, wie jetzt in den Starter-Flocken mit drin. Von daher... Wie brauchst du so ein Starter-Set? Je nach Hersteller mit meiste UDI 50 Euro plus minus ein paar, je nachdem. Wie gut man's reinkriegt. Ist okay, aber man ist ja davon erstmal... Da ist auch sämtliches Zubehörzeug mit dabei. Marker sind dabei, glaube ich. Die Token sind alle mit dabei. Die kann man sich auch nochmal nachträglich ausdrucken lassen. Ja, dann erstmal vielen Dank für eure Einführung. Sehr gerne. Und ja, ich denke mal, wir sehen uns die nächsten Wochen bestimmt nach das ein oder andere mal öfters. Sehr gerne. Das war Firestorm Armada, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche Punkte habt, die ihr gerne besprechen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten wisst ihr, wie ihr uns erreichen könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 So Legalarlos says... Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020